36 Bilder Ihrer Toten Majestät von Barry Maltzberg 1. Im Cockpit Im Cockpit hat er die Vorstellung, daß er in Salzwasser ertrinkt. Wasser wie eine amniotische Flüssigkeit steigt ihm in die Nase, die Ohren, und doch atmet er frei, eine unterirdische Kreatur, amphibisch, umgewandelt. 3. Langsam erhebt er sich aus dem Traum und beobachtet, wie Neptun hoch an der Backbordseite vorbeizieht, sieht die zerfallene Stadt. In der zerfallenen Stadt wird er sein Leben zurückfordern, obwohl sein Auftrag einfacher ist. Überflug, Vermessung der Abszisse, Überprüfung des Geländes. Mögliche Lage des Schatzes finden. Tief in den prüfenden Instrumenten hört er seinen Herzschlag, die Bewegung seiner Lenden, den Rhythmus seines Atems. Er denkt an eine Frau, die er einmal berührt hat, und seine Augen sind voller Salz. 2. Der verlorene Riese Er ist tot, ruht nun, zu riesiger Größe und Breite ausgedehnt, und seine hohlen Augen sind vor den dunklen Sternen Neptuns geschlossen. Die Stadt, wieder aufgebaut, hat dieses Monument zu seiner Erinnerung gebaut, und nun ist die Zeit der Feier gekommen. Aus jedem Teil der Stadt treffen die Bewohner ein. Kinder tragen Spielzeuge in der Gestalt des Schiffes, mit dem er die zerfallene Stadt erforscht hat. Alte wiederholen am Fuß des Monuments die Schwüre und bitten an seinen Namen. Über all dem brütet er betäubt und regungslos. Die Lichter der Stadt erhellen kleine Vertiefungen in dem Stein, ein verlorener Riese hoch über der Stadt, die seinen Namen trägt. 3. Es geht nicht nur um den Schatz Es geht nicht nur um den Schatz, hatten ihm die Wächter direkt vor seinem Aufbruch gesagt. Du mußt verstehen, daß es nicht nur um das geht, was wir vielleicht aus der dunklen Stadt herausholen können. Der Schatz ist sehr wichtig. Unter den Trümmern liegen die Geräte, die uns den Schlüssel zu der Maschinerie geben werden, die unser Leben retten wird. Es geht jedoch nicht nur darum, und wenn du denkst, du wirst nur wegen des Schatzes ausgeschickt, dann irrst du dich. Er hatte nichts gesagt. Er hatte herausgefunden, daß er mit diesen Wächtern am besten mit milden Gesten, mildem Schweigen, antwortenden Körperhaltungen und flach ausgestreckten Handflächen umging. Eine Konfrontation wäre bedeutungslos. Die Konfrontation mit sich selbst war es, um die es im Grunde ging. Er hat an den Geist gedacht, den menschlichen Geist, der wie ein Vogel in seiner Brust schlug, eingeschlossen, wie ein Stein. »Habe ich einen Geist?«, hatte er sich gefragt. Die Wächter waren sanft mit ihm umgegangen, nicht ohne ein gewisses Mitleid. Aber diese Frage konnten sie ihm natürlich nicht beantworten. Ihre Spezialität war die Arbeit am Detail. 4. Die Frau, alle Frauen, gefangen Als er noch jung war, hatten ihn die Totenmonde des Mars, Daimus und Phobos interessiert. In der Kolonie hatte er ihre Geschichte erfahren. Die Marsbewohner, jene untergegangene Rasse, hat am Ende ihrer Zeit diese beiden Satelliten als Signale ausgeschickt und waren dann nacheinander zugrunde gegangen, hatten ihre Ruhe gefunden, im tiefen Mittelpunkt des Planeten einbalsamiert. Wenn er nachts in seinem Bett lag und schräg durch das dicke Fenster sah, konnte er die Monde gerade noch ausmachen, wie sie den Rand seines Gesichtsfeldes durchzogen. Aufgehängt. Im Schlaf hatte das Geräusch der Maschinen ihn verzehrt und sich mit anderen Bildern vermischt, mit denen von Frauen. Eines Tages würde er eine Frau besitzen, alle Frauen besitzen. Nachts würde er bei ihnen liegen, und seine Hoden, Daimus und Phobos, würden über ihm schweben. Tief, bis zur Grenze seines Wesens, würde er in die Frau, in alle Frauen, die im Licht seiner Anwesenheit gefangen waren, eindringen. Hoch über den Marsbewohnern, die gefroren da lagen, die Augen weit offen, die Glieder glasiert. Sie hat ihre Leidenschaft und ihre Angst für immer in der Seide der Dunkelheit einbalsamiert. 5. Der König der ganzen Welt Als er über Neptun in seine Umlaufbahn einschwang, hatte er gedacht, ich bin der König der ganzen Welt. Andere werden kommen, und manche werden meiner Erinnerung dienen. Aber das ist ein verlassener Planet. Kein Leben, kein Gelächter. Unter den Trümmern die Geräte, aber sie tragen keinen Atem in sich. Einst gab es eine große Kultur auf dem Neptun, einst gab es eine große Kultur auf dem Mars. Aber sie sind beide verschwunden. Auf dem Mars war ich nicht der König, weil wir die Nachfolger waren. Aber hier, hier bin ich es. Das Ticken der Instrumente brannte in ihn hinein. Sich bewegende Lichtblitze sammelten das Gefäß seiner Seele zusammen. Er hatte die Wundmale gespürt, die Verbrennungen des Fleisches an seinen Thron geschnallt. Der König der ganzen Welt. In der Ausrüstung hatte er im Sand des Mars gespielt. Atemgerät, Kabel, Notunterbrecher, Monitore, Gerätschaften. Sollte ein Mechanismus versagen, dann ginge in der Kuppel ein Licht an, und die Techniker würden die Notrettung schicken. Bei seinem Spiel im Sand hatte er sich vorgestellt, er träfe auf einen Marsbewohner, den letzten Vertreter der großen und bewundernswerten Kultur, die viele Wunder geschaffen hatten. Zuletzt noch die künstlichen Satelliten, die sie in ihrer Wut als Signale der Angst in den Himmel geschleudert hatten. »Verzeihen Sie bitte, Sir«, hatte er zu dem Marsbewohner gesagt. »Ich bin sehr jung, erst zwölf, und ich kenne die verschiedenen Geheimnisse ihrer Kultur nicht. Aber ich bin sehr begierig darauf, sie zu erfahren. Nach allem, was ich gelesen habe, waren sie sehr hoch entwickelt und geistig weit fortgeschritten. Aber der Treibstoff und andere Notwendigkeiten sind ihnen ausgegangen, und sie waren nicht in der Lage, sie zu ersetzen oder ihren Planeten zu verlassen. Und so entschlossen sie sich stattdessen zum Sterben. Warum haben sie das getan? Wie war es möglich, daß sie so fortschrittlich waren, und trotzdem konnten sie sich nicht retten?« »Rettung beginnt im Innern«, sagte der Marsbewohner. Er war sehr groß und hatte feingeschnittene Züge, die auf verschiedenen Ebenen ineinander verschachtelt waren und ihn gleichzeitig sehr alt und kindlich erschienen ließen. Kleine Staubwolken kamen aus dem feinen Netz der Falten. »Das Innere beginnt mit uns selbst. Wie eine Braut kam der Tod zu uns, und wir empfingen sie.« »Das verstehe ich nicht«, sagte er. »Ich bin erst zwölf. Ich kann nicht verstehen, wie sie den Tod eine Braut nennen können.« »Erinnere dich an Neptun«, sagte der Marsbewohner, »erinnere dich der großen Sternenschiffe, denke an deine Fahrt und daran, was du jetzt geworden bist.« »Und frage nicht, warum der Tod eine Braut ist.« Er hatte seine Hand ausgestreckt, um den Marsbewohner zu berühren, aber die Gestalt verschwand. Das war verständlich, völlig verständlich. Man sollte sich eben nicht mit einem Traumbild aus einer toten Zivilisation unterhalten. Neptun war keine Rasse, Neptun war ein Teil von uns, hatte er laut in die Lehre gesprochen, jedoch keine Antwort erhalten. Die Monitore seiner Lebenserhaltungsausrüstung sangen und bedeuteten ihm, daß er lebendig und sicher und gesichert auf dem Planeten war. Aber er wußte, daß er auf der Bühne der Nacht, wenn er die toten Monde anstarren würde, dessen nicht mehr sicher sein würde. 7. Denn uns wurde ein Kind geboren. Viele Jahre später liegt er in einer Kabine auf Ganymed und hat seine Arme um das Mädchen gelegt, daß seine Frau werden wird. 8. Ihr Haar ist Aschfarben, und in der Umarmung denkt er an die Ruinen von Neptun, an die Wüstenkrater, die er bald durchstreifen wird, um hinter das Geheimnis der Maschinen zu kommen. »Ich liebe dich«, sagt er und streift mit seinen Fingern zärtlich durch ihr Haar. Aber er ist sich weder dessen noch der meisten anderen Dinge sicher. Schließlich war der Schaden sehr groß. Er wuchs in den Kolonien auf Mars auf und starrte zumeist tote Monde an. »Wie weit kann er bestenfalls reisen?« Nichtsdestoweniger, sagt er erneut, »ich liebe dich« und beginnt, mit den langsamen Bewegungen der Generation auf sie einzuwirken. Sie reagiert darauf, führt ihre Handflächen zu seiner Stirn. »Alles in Ordnung«, sagt sie, »alles in Ordnung.« Und er fühlt, wie sie sich zu seinem Bedürfnis befeuchtet. Es ist nicht das erste Mal, dass sie zusammen Sex machen, noch nie jedoch haben sie es mit einer solchen Intensität gemacht. Es könnten auf der anderen Seite wieder nur die erträumten Krater des Neptun sein. »Alles in Ordnung«, sagt sie, »alles in Ordnung.« Und während er sich neben ihr aufrichtet, fühlt er sich enorm gealtert. Weit von sich selbst entfernt, dann kommt er wieder herunter, nimmt ihre Brust in seinen Mund, während er die gefahrvolle Verbindung unternimmt und saugt sie zu ihrem Murmeln tief ein. Alt, halb verlassen, auf dem Weg zu den Ruinen des Neptun, denkt er. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn gegeben. Sie berührt seinen Nacken, spannt sich, gibt einen kleinen Schrei von sich. Sie kommt. Und die Regierung wird auf seinen Schultern lasten. Um die Technik muß sich gekümmert werden. Er ist ein großer Techniker. Wegen seines Könnens war er ausgewählt worden, weit darüber hinaus ausgebildet und auf eine Ebene gebracht, auf der er unter Stress zu einem Zugang zu den Maschinen werden kann. Er bringt das Fahrzeug im niedrigen Winkel ein und sucht nach dem Fleck auf dem Boden, wo er landen soll. Abszisse, Sonnennähe. Vor zwei Jahrhunderten war die Stadt Neptun ein großer, in sich geschlossener Ort, nicht weniger großartig als alle Städte auf dem Mars. Aber als die Parteien auf Neptun sich zuerst gegeneinander gewandt und dann die Stabilität der äußeren Kolonien gefährdet hatten, war die Unterstützung abgeschnitten worden und alle dreieinhalb Millionen Einwohner waren gestorben. Es war dumm, daß die, deren Überleben in so hohem Maße von der Außenwelt abhing, sich so angriffslustig zeigten. Aber der Mensch war ein perverses Wesen. Die Einstellung der Länge. Pläne und Konstruktionszeichnungen zum Wiederaufbau der äußeren Kolonien waren in der Stadt versteckt, zusammen mit manch einem seltenen und wertvollen Kunstgebilde. Und jetzt sind sie notwendig geworden. Planet Neptun. Er bringt das Fahrzeug herunter. Es hüpft einmal, kommt dann zum Stehen. Er bleibt im Cockpit. Die Scheinwerfer leuchten. Er schaut auf die Trümmer. Dann greift er zum Mikrofon. Unten, sagt er, um 1846, nein, 1847 und zwölf. Was einen berührt, berührt alle. Wir nehmen Neptun wieder in Beschlag, sagt er. 9. Feine Augen Die feinen Augen der Statue erscheinen zu leben, der Stein seiner Gestalt zur Bewegung bereit. Über die Schutzbarriere starren Kinder ihn ehrfurchtsvoll an. Die Eltern flüstern ihnen kleine Vertraulichkeiten betreffs der Legenden zu. Kinder sind Kinder. Bis vor kurzem hatte die Zeit der Zeremonie Gelegenheit zu Frotzeleien gegeben, aber Legenden haben sich zu Gegebenheiten verfestigt. Ebenso, wie sein Fleisch sich zu Stein verfestigt hat und seit einiger Zeit hat es kein Gelächter und keine Witze gegeben. Blinde Augen suchen nach den vielen Sonnen. Er steht bedrohlich und unbewegt. Die Eltern bekommen ihre Tagesbefehle. 10. Und er wird reinigen Zum ersten Mal schaut er ins Gesicht seines Sohnes. Das Kind ist hinter Glas durch die Spiegelung leicht verzerrt. Und für einen Augenblick denkt er, daß das Kind verkrüppelt sein könnte, daß irgendeine unbekannte Unordnung in seinen oder seiner Frau Genen in jenes Blut übertragen worden sein könnte und daß seine Schwäche so zu Fleisch geworden sei. Doch dann geht er ein wenig nach rechts, um eine andere Ansicht zu gewinnen und entdeckt die Verzerrung. Das Kind ist normal. Die Gesichtszüge ebenmäßig. Die Ansicht ist klar. In ihm werde ich wieder leben, denkt er, und er wird die Söhne Levis reinigen, so daß sie in Aufrichtigkeit ein Angebot anbieten. In Aufrichtigkeit. Das Kind öffnet den plötzlich höhlenförmigen Mund und schreit, aber er hört nichts. Die Geräusche werden durch das Glas abgehalten, durch die Trennwand, und er starrt auf seinen Sohn, und für einen Augenblick denkt er, daß er nur die Quelle des Schreis wahrnimmt. Doch dann vergeht dies, und er ist wieder im Cockpit des Selbst. 11. Der tote Marsbewohner In der Halle der Wächter wurde der erhaltene Körper eines Marsbewohners ausgestellt. Keiner kannte die Rolle dieses Marsbewohners oder den Grund, warum einzig er oberhalb der Oberfläche gefunden worden war, auf dem Sand einbalsamiert. Aber eine der ersten Handlungen war gewesen, ihn in Eis einzuschließen und so zu erhalten. Als das Museum auf der Kolonie eröffnet worden war, war der Marsbewohner das erste Ausstellungsstück gewesen. Der Marsbewohner lag inmitten einiger Artefakte seiner Zivilisation, geheimnisvolle Schriftrollen und Geräte, die den Sarg umgaben, Zeugnis, daß nicht entziffert werden konnte, daß sogar Gelehrte nicht hatten lösen können. Einmal hatte er unerlaubterweise den Körper berührt und zu seinem Entsetzen festgestellt, daß das Fleisch nicht Stein war, sondern elastisch. Und mit der Geschwindigkeit eines Ertappten hatte er seine Hand zurückgezogen, mit der Energie des Lebens. Zwölf Die Meerjungfrau Während er durch die Ruinen des Neptun streifte, hielt er die Wächter über seinen Fortschritt auf dem Laufenden. Hier, was scheinbar ein geheimes Waffenlager gewesen zu sein schien, dort ein Überbleibsel eines Gemeindezentrums. Drüben, weiter entfernt, die klar erhaltenen Grundmauern eines Lustpalastes. Seine Berichte waren knapp, genau sachbezogen, völlig emotionslos. Sie hatten ihn vor den möglichen Auswirkungen, die die Ruinen auf seinen Gemütszustand haben könnten, gewarnt. Durch Training war er gegen gefühlsmäßige Lähmung geschützt. Er war nicht gelähmt. Er hatte alles unter Kontrolle. Auf der Erde geboren, auf dem Mars aufgewachsen, auf Ganymed verheiratet und ausgebildet, würde er sich nicht von den Trümmern auf Neptun unterkriegen lassen. Trotz allem wußte er, als ihm die Halluzination der Meerjungfrau begegnete, nicht genau, wie er davon berichten sollte. Da war sie, einen Meter achtzig groß, und starrte ihn an, die Augen leuchtend und besorgt, der Rest ihres Gesichts in Schatten gehüllt, angelehnt an eine Mauer der Totenstadt. Aus der Mauer waren Stücke und Steine herausgegraben, was ihr Ähnlichkeit mit eingeschlagenen Zähnen verlieh, und in einer Lücke stand sie, glühend, und winkte ihm zu. »Es ist nicht leicht für dich,« sagte sie in sachlichem Tonfall, als hätte sie schon ihr Leben lang mit ihm auf Duds Fuß gestanden, was sie in gewissen ausschlaggebenden Hinsichten ja auch hatte. »Aber du mußt die Sache wohl akzeptieren und sie in deine Überlegungen mit einbeziehen. Es ist am besten für dich, wenn du verstehst, daß ich genauso wirklich bin wie jeder Punkt aus deiner Vergangenheit, die dir auf deiner Wanderung durch Neptun nach und nach entgegentreten. Widerstand ist völlig zwecklos, weil ich ja eine Projektion deiner eigenen inneren Konflikte und Bedürfnisse bin.« Innere Konflikte und Bedürfnisse. »Ja, sie hat recht.« Auf der einen Seite verlangt er nach ihr, und auf der anderen nicht. Auf der einen Seite akzeptiert er, daß die Meerjungfrau wirklich ist, und auf der anderen ist er davon überzeugt, daß sie eine Halluzination ist und der Anzeichen des Zusammenbruchs zeigt. Auf der einen Seite weiß er, daß er einen vollständigen Bericht liefern sollte, ohne eine Einzelheit dieser Begegnung auszulassen, und auf der anderen weiß er, daß dies gefährlich und völlig nutzlos wäre. Sie könnten ihn nur für verrückt erklären. Erschlagen und gelähmt starrte er auf ihre Erscheinung. 13. Von Ganymed weg Von Ganymed weg sind Männer bis zum Rand des Sonnensystems gereist und haben dort angehalten. Der nächste der Zentauren ist 4,2 Lichtjahre weit entfernt und besteht ohnehin nur aus Büstenei. Nur eine Reise zum Sirius, dem Hundestern, wäre produktiv, wenn man die Kosten gegen die Möglichkeiten zur Rückkehr abwägte. Aber es gibt in der heutigen Zeit weder die Pläne noch das Material, das Überlichtgeschwindigkeit erlauben würde. Die Menschheit ist dekadent geworden und hat bis zu einem bestimmten Punkt den Zugang zu ihrer Geschichte verloren. Es ist bekannt, daß die Kolonien auf Neptun die technisch am weitesten fortgeschrittene Zivilisation waren und in der zerstörten Stadt könnten gut die Daten und Materialien liegen, die die Sternenreise ermöglichen würden und aus diesem Grund war es eine Notwendigkeit, den fähigsten Astronauten und Ingenieur für diese Wiedergewinnungsmission auszuwählen. Weg von Ganymed ist er gefahren auf dieser eigenartigen und schrecklichen Entdeckungsmission. Aber genau in dem Moment, in dem er sich Neptun nähert, ist seine Fähigkeit, sogar die Motivation, weggewischt. Jetzt scheint er in Träumen und Nebel zu wandeln, einer eigenartigen Zusammenkunft aller Ebenen und Angelpunkte seines Lebens, so daß er Erinnerung nicht mehr von Notwendigkeit trennen kann. Bedeutung nicht von Träumen. All seine Lebensjahre hat er in den Gängen geistiger Gesundheit verbracht, aber erst, als er sich Neptun nähert, hat er verstanden, daß diese Gänge eng sind und in sich geschlossen. Kleine Furchen im großen und schrecklichen Geheimnis der Umstände, Rinnen, die nur eine farblose und beschränkte Methode darstellen, die Zwischenräume zu überqueren. Das ist in einer Hinsicht erschreckend, in anderer aber erregend. Es ist erregend zu entdecken, daß er sich bis dahin in allem geirrt haben könnte. Auf der anderen Seite könnte er auch in allem Recht gehabt haben. Wenn die Grenzen zwischen Erinnerung und Sehnsucht einmal niedergerissen sind, dann sind die Möglichkeiten unbegrenzt. 14. Die Brust seiner Frau, die Seele des Wächters. Unmöglich konnte er den Wächtern von seiner Sünde berichten. Damals war es schon zu spät, alle Vorbereitungen waren getroffen, er war fest für die Fahrt eingeplant. Wie hätte er ihnen sagen können, ich bin unfähig? Die Fähigkeit, die ihr bewundert, ist eine Fiktion, diese fußt auf einer Reihe von Umgehungen, aber im Cockpit, bei der langen, langsamen Überfahrt, da werde ich buchstäblich den Verstand verlieren, halb verrückt werde ich durch die Ruinenstadt laufen und in meinen Berichten wenig von dem Schaden erwähnen. Die Wächter waren nicht ohne Erbarmen, aber wie hätten sie das verstehen sollen? Die Brust seiner Frau, die Seele des Wächters, alle beide waren jetzt gleich unerreichbar für ihn. Nichts gab es, was er hätte tun können. Natürlich hatte er sich gewissenhaft auf eben diesen Umstand vorbereitet. 15 Der Marsbewohner und die Meerjungfrau Der Marsbewohner und die Meerjungfrau unterhalten sich über seinen Zustand. Geduldig hört er zu. Er ist Zeuge wichtiger Entscheidungen, die zu treffen sind. Aber immer eine nach der anderen. Wir sind in Eis und Feuer ertrunken, sagt der Marsbewohner. Zehn Millionen Jahre, bevor er geboren wurde, sind wir ertrunken und dort liegen wir in den Räumlichkeiten seiner Jugend. Unser Einfluß muß groß gewesen sein. Nicht größer als meiner, sagt die Meerjungfrau. Sie krümmt sich und nimmt eine verführerische Position ein. Ich bin keine Halluzination. Ich bin das letzte Gebilde dieser in Ruinen liegenden Stadt, das aktiviert wird, wenn sie je besucht werden sollte. Ich habe so meine Pläne. Ich habe meine eigene Wirklichkeit. Ich bin nicht unbedeutend. Er kann nicht vielmehr hiervon verkraften, sagt der Marsbewohner. Die Spannungen sind akut. Wir waren unter der Oberfläche, du aber bist sichtbar für ihn und sprichst mit ihm. Ich glaube, das solltest du verstehen. Ich glaube, daß du verstehen solltest, daß er genau das tut, was er tun will, sagt die Meerjungfrau. Sein Schicksal wird nicht mehr von mir kontrolliert, als es von dir kontrolliert wurde. Immer und ewig wird er das ausüben, was er sein muß. Und du und ich, wir kommen erst hinterher. Das ist sinnlos. Aber nicht halluzinatorisch, sagt der Marsbewohner wohlüberlegt. Als letzter Überlebender einer toten Art wurde er darauf trainiert, alle Aspekte in Betracht zu ziehen und zu erwähnen. Die Gebilde des Neptun haben sich auch in seiner Erinnerung eingeschlichen, sagt die Meerjungfrau. Aber was hat das letztlich mit allem zu tun? Tatsächlich, denkt er, was hat es mit allem zu tun? Er sollte einen vollständigen Bericht über diese Vorgänge anfertigen, weiß aber, daß er nur die Wächter beunruhigen würde. Sie zählen auf ihn. Die Zukunft seiner Art könnte sehr wohl vom Erfolg seiner Mission abhängen. Die Wächter wären an seinem privaten, gefühlsmäßigen Stress nicht interessiert. 16. Alles Verlangen hinter sich. Fest im Cockpit sieht er sich selbst als weiteres Gebilde der wiederhergestellten Stadt, in luzid einbalsamiert, auf einer Straßenausstellung. Er hat alles Verlangen hinter sich und wird von Gelehrten und Touristen begutachtet, die Kommentare über sein Aussehen abgeben. Zu seiner Linken liegt der tote Marsbewohner, zu seiner Rechten ist die Meerjungfrau. Doch in der Mitte ist immer er. Seine Lage versuchsweise, doch fest, unhaltbar, doch dauernd, verachtungswürdig, doch fair. 17. Eine wilde und bestialische Art Die Zivilisation des Neptun verlangte kurz vor der Invasion in die Kolonien Ganymede und Titan von der inneren Regierung bedingungslose Kapitulation. Es war eine verzweifelte und unrealistische Forderung, aber es war eine wilde und bestialische Art, die ihren Eroberungen keine Grenzen gesetzt sah. Bei den ersten Bränden wurden auf Titan 500.000 Seelen getötet und hiernach gab es keine zwei Wege, sich zu entscheiden. Die Zivilisation auf Neptun mußte zerstört werden. Riesige Waffenanlagen wurden hergestellt und auf eine Entfernung von mehreren Millionen Kilometern wurde gekämpft. Dann und wann hat er von der Zerstörung des Neptun geträumt. Er selber war auf der Oberfläche des Planeten, hat in den Himmel geschaut, die Lichter im Himmel explodieren sehen, die jeden Winkel seines Sichtfeldes ausfüllten und er erfuhr schließlich den Schmerz, den Sprung, der ihm über den Schock hinweg half und ihn zum toten Mittelpunkt brachte. Im einen Augenblick war er unterhalb der Flammen, im nächsten wurde er überholt und stieg ab in das sterbende Kernstück. Er ist sich nicht sicher, ob er nicht auf einer anderen Ebene seiner Existenz schon einmal auf dem Planeten war, ob er nicht vernichtet worden ist. Doch mystik lag in völligem Gegensatz zu dem Training, das er hinter sich hatte. Bis zu der Wiedereroberung selbst haben ihn Gedanken wie diese, neben denen an den toten Marsbewohner seiner Jugend nicht beschäftigt. 18 Die im Dunkeln gehen Er streift durch die Stadt. Hier ist ein Gebäude zerschmettert und verbraucht, dort eine Höhlung und drüben, weiter entfernt, sind die Überreste von dem, was vielleicht einmal eine Arena oder ein der Feier und der Verehrung geweihter Platz gewesen sein kann. Man hat ihm Logarithmen gegeben, die ihn zu den Orten geleiten sollen, von denen geglaubt wird, daß an ihnen die Geräte begraben liegen. Doch er hat keine Eile. Wenn die Zeit gekommen ist, wird er sie finden. Später vielleicht. Jetzt ist es die Stadt selbst, die ihn fasziniert. Vor 117.000 Marsjahren waren an all diesen Orten Neptunbewohner, die ihren täglichen Aufgaben nachgingen, ihre Tagesbefehle ausführten. Ihre Führer waren hinterhältig und korrupt, aber was hatte diese Tatsache wirklich mit dem Alltagsleben der Bürger zu tun? Sehr wenig, nimmt er an. Hier in diesem Gebäude wurden vielleicht tödliche Angriffspläne geschmiedet, aber dort, in der Arena, beschäftigten sich die Neptunbewohner mit einfacheren Freuden. Kinder tanzten, mechanische Tiere sorgten für Unterhaltung. Die im Dunkeln gingen, wußten nichts von den bösen Plänen ihrer Führer, aber nach einiger Zeit und als Folge der Pläne haben sie alle ein großes Licht gesehen. Die Lichter seiner Erhaltungsanlage leuchten jetzt Orangefarben. Hier ein wenig überladen. Die Meerjungfrau hat ihn kurzzeitig verlassen, aber er ist sich sicher, daß sie zurückkommen wird. Alles wird zurückkehren. Alles, was geschehen ist, wird immer geschehen und in allen Winkeln der gezählten Zeit. Jetzt sind die Lichter auf Rot umgesprungen und zeigen eine kritische Überlastung in der Beatmungsanlage an. Folglich träumt er, daß er stirbt, daß seine Sauerstoffzufuhr unterbrochen ist und daß die Zensoren der Zeit ihn hier auf der Oberfläche des Neptun im Alter von 38 Jahren ausgetrickst haben. Einerseits ist das für ihn sehr schlimm, da er mit einem starken Überlebensinstinkt ausgestattet ist, doch andererseits ist es beinahe ein sinnliches Vergnügen zu sterben. Schließlich hat er lange genug gewartet. Das Leben ist einzig ein Hinausschieben des erwarteten Todes, denkt er und beginnt in der Beatmungsanlage zu ersticken. Eine dicke Blase verstopft seinen Hals, er hat einen ganz leichten Kopf. Langsam greift er nach dem Notschalter, der ihm Sauerstoff aus einer anderen Quelle zuführen wird. Panik bringt nichts, seine feuchte Hand gleitet an dem Schalter vorbei und er fühlt, wie das Bewusstsein ihn wellenförmig verlässt. Doch er wird in diesem Fall nicht nachgeben, er ist zuallererst einmal Techniker. Seine Hand gleitet zurück zu dem Schalter und er legt ihn um. Erlöst füllen seine Lungen sich mit Luft und seine starrenden Augen sehen erneut die Oberfläche des Neptun. 20 in der Kolonie Er ist nie zur Erde zurückgekehrt. Die Jugend auf dem Mars hat seine Toleranz höherer Schwerkraft gegenüber zerstört. Die unreine Luft und die ständigen kleinen Veränderungen, die es ihm ermöglicht hätten, bei 1,6 zu funktionieren. In der Kolonie hatte er sich vorgestellt, wie es sein würde, als Erwachsener zurückzukehren, aber noch bevor er richtig ausgewachsen war, hatte er sich bereits klargemacht, daß es unmöglich war und daß er, wenn er den Mars jemals verlassen wollte, weiter nach draußen ziehen mußte. Das Verständnis reifte in ihm, daß er, wenn er der Sonne wieder näher rücken würde, sich selbst zerstören würde. Nach dem Ende seiner Ausbildung war seine Wahl auf Ganymed gefallen. Ein ganzes Leben auf dem Mars konnte er sich nicht vorstellen. Ganymed war ihm damals ebenso weit und wild erschienen, ebenso voller Möglichkeiten, wie viel später Neptun. Trotzdem hätte er sich vielleicht die Möglichkeit einer Rückkehr zur Erde durch den Kopf gehen lassen sollen. Technisch war es möglich, sich durch Simulatoren allmählich wieder den dortigen Gegebenheiten anzupassen. Vielleicht wäre er dort glücklicher gewesen, alles wäre möglicherweise anders gekommen. Die Erde bedeutete Dekadenz, doch das hatte ihn nie gestört. Seine Liebe zur Dekadenz war vielleicht der Grund dafür, daß er jetzt nach den Geräten suchte. 21 Endlich allein Seine Frau Er hat seine Frau und seinen Sohn einige Zeit nicht gesehen und er hat sie nicht vermisst. Endlich allein hat seine Frau, denkt er, vielleicht ihre Identität gefunden, eine Identität, die er lange unterdrückt hatte. Du gehst deine Risiken ein, ich meine, hatte sie mit ernstem Gesicht zu ihm gesagt, als sie erklärte, warum sie in der Zeit seines Trainings und der Mission lieber zum Mars zurückkehren, als auf Ganymed bleiben wollte. So kann es nicht weitergehen. Er hatte feierlich zugestimmt, so konnte es nicht weitergehen. Sie waren nicht gut füreinander gewesen. Das Kind, faltig und brüllend, schien die Schäden in der Verbindung zwischen ihnen aufzudecken. Ich will leben, hatte sie gesagt. Ich bin auch eine Persönlichkeit, das mußt du einsehen. Und er hatte auch hier zugestimmt. Sie war eine Persönlichkeit. Sie war eine Persönlichkeit und er war eine Persönlichkeit und irgendwie hatte es nicht richtig funktioniert, aber das hatte weniger mit den Spannungen zwischen ihnen zu tun, als mit der Tatsache, daß sie sich auf Mars getroffen hatten, daß sie auf Mars gelegen hatten. Das erste Mal hatten sie es in voller Ausrüstung auf dem Sand über der Stelle getrieben, an der er den toten Marsbewohner begraben glaubte. Und die Tatsache, daß er die unterstützende Anwesenheit seines alten Vertrauten brauchte, um die Bewegungen der Liebe auszuführen, hätte als Anzeichen dafür gewertet werden können, daß die Beziehung zwischen ihnen von Anfang an dem Untergang geweiht war. Endlich allein hat seine Frau dies vielleicht auch herausgefunden und denkt nun mit einigem Mitleid an ihn. Aber vielleicht hat sie es auch nicht herausgefunden. 22 und schreibe sie auf die Türpfosten deines Hauses. Umgestaltet steht er Pluto gegenüber, während die Diakone mit der kurzen formellen Zeremonie der Rückversicherung beginnen. Jedes Mal sind es weniger Ältere. Sie sind zu sterblich und werden nicht ersetzt. Neptun ist zu dieser Zeit eine hochentwickelte und nach mystische Kultur, aber es sind immer noch mehr als genug da, die die Tradition fortführen. Wegen der Stirn zwischen deinen Augen. Und schreibe sie auf die Türpfosten deines Hauses, auf das du dich erinnerst. Weihrauch wird auf den aufgerichteten Altar zu seinen Füßen gesprengelt und aus den Maschinen kommt der simulierte Ruf der Meerjungfrau, den sie ausstieß, als sie sich an ihn presste und ihm ihre gefahrvollen und fruchtigen Geschenke anbot. Und führe all meine Gebote aus und sei mir heilig. 23 und Scham und Verlust und Trauer. Er steht vor dem abgeschlossenen Raum, in dem nach den detaillierten Karten die Geräte liegen und wird in seinen Überlegungen von dem toten Marsbewohner unterbrochen, der besondere Anstrengungen unternommen hat, um ihn hierher zu verfolgen, und er die Meerjungfrau hinter sich gelassen hat. Du willst das doch gar nicht tun, sagt der tote Marsbewohner. Du willst die die Menschheit wird wieder aufleben, die großen Sternenschiffe werden wiederkommen, das Gefüge der Kultur wird wieder vereinigt, Sternfahrt wird Institutionen möglich machen und nichts wird dabei herauskommen. Das kann ich nicht sagen, sagt er, diese Entscheidung kann ich nicht treffen. Wir trafen diese Entscheidung. Vor 23 Millionen Jahren war es unsere Entscheidung, nicht die Sterne erreichen zu wollen, sondern uns unter dem Sand auf uns selber zu konzentrieren und zu sterben. Nichts wird dabei herauskommen als das altbekannte Schmerz und Lust, Mord und Untergang, das Schrumpfen der Herzen und Scham und Verlust und Trauer, nichts wird dabei herauskommen als endlich die schmutzigen und geschwärzten Erinnerungen im Gebet. Bleib weg davon, kehre um, kehre zurück zu deinem Fahrzeug und erzähle, es sei dir nicht möglich gewesen, die Geräte zu orten, sag, du hättest sie gefunden, doch sie seien zerstört gewesen. Lade deine Art nicht das auf, was wir der unseren versagt haben. Lass sie ein frühes Ende finden, Verstümmelung ist alles, sagte der Marsbewohner Weise. Glaub mir, in aller Ewigkeit gibt es eine Wahrheit. Mit zusammengeschrumpelter Hand weist er auf die Sterne. Lass das Geheimnis allein, sagt er. Er denkt lange über das nach, was der tote Marsbewohner ihm gesagt hat, doch dann drückt er gegen die Stelle, wo die Mauer eingerissen ist, und dringt ein. Er geht zu den Geräten und sucht sie nach dem Notwendigen ab. Schließlich und endlich ist dies eine Entscheidung, die er nicht treffen kann. Diese Verantwortung wird ihm abgenommen. Keiner kann ihm die Schuld geben. Er ist nur das Instrument der Vorsehung. 24 Im Herzen aller Planung Später liegt er mit der Meerjungfrau eng umschlungen auf dem Boden des Lagers, das nach und nach all die Pläne ausgespuckt hat, die er kühl den Wächtern übermittelt hat. Er spürt, wie er sich sammelt. Er wird einen Höhepunkt haben, das weiß er. Er wird einen Höhepunkt haben. Es wird das erste Mal sein, dass sie ihn ohne zur Hilfenahme des Bildes vom toten Mars Bewohner erreicht. 25 Levys Söhne Einige Bewohner der Neptunkolonie sind schuldig, andere sind nicht schuldig, aber in dem großen ersterbenden Licht, das ihren Himmel von Pluto bis zum Bogen des Titan ausdehnt, sterben sie alle. Das Schicksal vermischt sich in dieser ungeheuren Explosion der Konsequenz mit Schreien. In seinem Traum grübelt er und sieht, wie sie sterben und denkt, er, wenn er in die rettende Dunkelheit eingeht, nie mehr die Guten von den Schlechten trennen muß. Vollständig aufrichtig, Levys Söhne. 26 Im Turm der Wächter Im Turm der Wächter versucht er, seine Lage darzustellen. Er hat das ganze Trainingsprogramm zur Zufriedenheit absolviert, und doch fühlt er sich elend. Er ist nicht davon überzeugt, dass die Wiedergewinnung der Geräte den Lauf der Menschheitsgeschichte ändern wird und auch nicht sein eigenes Leben. Weil er sich nicht sicher ist, dass seine Betrachtungsweise normal ist, versucht er, sie in abgemildeter Form darzulegen und hält die wirkliche Verzweiflung, die seiner Zwiespältigkeit entspricht, zurück. Ich bin mir nicht sicher, ob dies überhaupt zu etwas führt, sagt er, außer zu schmutzigen und geschwärzten Erinnerungen und zur Schrumpfung des Herzens, Scham, Verlust und Trauer. Er bemerkt die angespannte Beatmung, das gleichmäßige und tödliche Fließen des Blutes. Er kann all diese Dinge sagen und trotzdem die Kontrolle behalten. Er war immer unter Kontrolle und er ahnt, dass sogar seine körperliche Auflösung perfekt durchgeplant sein wird. Überlegen Sie sich, was wir hier tun, sagt er, denn dies ist keine verachtungswürdige Überlegung, es ist keine verachtungswürdige Bitte. Milde schauen sie ihn an. Es ist ein dekadentes und tolerantes Zeitalter und die Wächter sind von ihrer Rolle nicht beeindruckt. Wir brauchen die Geräte, sagen sie. Das muss die Überlegung sein, die alles andere kontrolliert. Wenn sie sich nicht in der Lage fühlen, ich weiß nicht, was ich fühle, sagt er, das ist die Wahrheit, das ist die grundlegende Äußerung seines Seins, er weiß nicht, was er fühlt, er weiß nicht, was sie fühlen. Im Turm der Wächter kommt ihm die Erkenntnis, dass Motiv und Umstand nicht verwoben sein müssen, sondern auseinander gebrochen, sich in verschiedene Richtungen voneinander wegbewegen, für immer getrennt. 27 Bedanke dich für jede Wiedergutmachung. Der Geschlechtsakt mit der Meerjungfrau wird abgeschlossen. Er hat nicht das gebracht, was er erwarten konnte, mehr jedoch vielleicht, als er verdient. Nachdem er sich für seinen Höhepunkt gerechtfertigt hat und für seinen Rückzug gerechtfertigt hat, steht er jetzt da und klopft kleine Teile Neptun von seinem Knie. Nur seine Genitalien in vorläufiger Erektion sind in Kontakt mit der gefährlichen Atmosphäre des Planeten geraten, aber er wird die nötigen Schritte unternehmen, um sich vor Verunreinigung zu schützen. Danke, sagt er. Es wurde ihm beigebracht, höflich zu sein. Sein gesamtes Training war von Anbeginn an auf diese Höflichkeiten ausgerichtet. Seine Jahre auf dem Mars haben ihn in ähnlicher Weise mit der Notwendigkeit vertraut gemacht, milde walten zu lassen. Bedanke dich für jede Wiedergutmachung und preise alle Möglichkeiten, die über das Absolute hinausgehen. Er denkt an die Pläne, die eben in diesem Moment von den Wächtern untersucht werden. Ich weiß dies sehr wohl zu schätzen, sagt er. Da sie ein zurückhaltendes Temperament hat, antwortet sie nicht. Auf der anderen Seite könnte sie ebenso erträumt sein, wie sein qualifizierter Erfolg. Er starrt in ihre dunklen, leuchtenden Augen und sieht darin die wiederhergestellten Städte auf Neptun, wie sie eines Tages aussehen werden, in der Zeit, die gerade vor dem Abflug der großen Schiffe liegt, die ihre Ladung an den Zentauen vorbei zum Herz des Sirius hintragen werden, dem Hundestern zu. Der nächste Haltepunkt im gesamten bekannten und unbekannten Universum. 28 Zeit ist ein Umstand. Zeit ist ein Umstand. Sein alter Freund, der tote Mars-Bewohner, weist darauf hin. Sie verläuft nicht in einer Linie, sondern wird nur durch Geschehen hervorgebracht. Geh zurück zum Cockpit, kehr zurück nach Ganymed, halte einen strengen Zeitplan ein, der, wie wir jetzt wissen, nur die Erscheinungsform einer Psychose ist. Ohne ihn wirst du nur noch mehr verrückter. Finde dich mit deinem Zustand ab, finde dich mit jedem Zustand ab. Einer nach dem anderen kehrten wir in den tiefen Sand zurück, um zu sterben. Dein Tod wird kein einfacher sein, aber wer sagt, dass du nicht die richtige Entscheidung getroffen hast? Solcherlei Urteile stehen mir nicht zu. Sie stehen dir genauso wenig zu. Die Augen des toten Mars Bewohners glühen wie Feuer. Er scheint stark erregt zu sein. Solcherlei Entscheidungen machen dein Leben aus. Das ist traurig, doch alles ist traurig. Traurigkeit ist aus sich selbst heraus kein unglückseliger Zustand. Er stolpert durch die Ruinen Gegend und hält Ausschau nach dem Schiff. Der Marsbewohner hat natürlich Recht, zurückkehren ist Irrsinn, aber wenn er sich nicht an die fortschreitenden wahrnehmbaren Geschehnisse hält, dann hat er gar nichts. Hinter sich hört er, wie die Mauern der Stadt weiter in sich zusammenbrechen. Er weiß, oder er weiß nicht, dass er die Meerjungfrau nie wiedersehen wird. Dass er wird. Dass er wird und nicht wird. Immer. 29 Zum Abflug bereit. Zum Abflug bereit mit laufenden Maschinen wird er von einem Weinkrampf übermannt. Auch das geht vorüber, denkt er, auch das geht vorüber, doch er lässt sich gänzlich von den schrecklichen Geräuschen und Schluchzern einnehmen. Es ist keine Schande, denkt er. Die Maschine schüttelt sich zu seinen Wehschreien. 30 und Dunkelheit meine Braut. Er liegt mit seiner Braut auf Ganymed und denkt an die Fahrt, die ihm bevorsteht. Sie sind zum letzten Mal zusammen. Wenn die Lichter wieder angehen, wird sie zum Mars zurückgekehrt sein. Warum soll ich durch die Ruinen Stadt streifen, denkt er, wenn die Bequemlichkeit neben mir liegt? Sein Sohn ist schon auf Mars, alle Vorbereitungen sind getroffen. Ich bedarf deiner, sagt er, ich brauche dich dringend. Doch sie ist bereits eingeschlafen. Im zwangsläufig folgenden Rest ächzt sie, als sie seine Stimme hört und wendet sich von ihm ab. Er legt sich auf den Rücken, wischt die Decken weg und ergreift sich selbst. Und Dunkelheit meine Braut, denkt er und verrichtet langsam wie immer das Notwendige. 31 Wenn schließlich alles vollbracht ist Die Wiederherstellung ist vollständig, die Stadt ist wieder aufgebaut und die Männer vom Neptun bereiten sich auf ihr Rennen zu den Sternen vor. Schiffe werden in die richtige Stellung gebracht, an den Antriebsmaschinen werden eine Reihe Stärke und Dauertests ausgeführt. Wenn schließlich alles vollbracht ist, werden die Reisenden abfahren. Doch Arrangements können getroffen werden. Reden werden gehalten, Zeugnisse werden angeboten, Zeremonien zur Erhaltung der Reisenden werden durchgeführt. Die glitzernde Kuppel der Stadt wird geöffnet, sodass die Schiffe passieren können. Tod im Cockpit des Umstands grübelt er über diese Tätigkeiten nach. Steinstücke schmücken seine Stirn. Die Kinder sind weg, wenn sie auch zu einem anderen Zyklus wie früher kommen werden und Gebete anbieten. 32 Dein Schicksal ist kein Gewöhnliches Dein Schicksal ist kein Gewöhnliches, flüstert der tote Marsbewohner auf dem Sand. Du wirst ungewöhnliche Dinge tun, du wirst die Umstände stark zu spüren bekommen. Es kommt am Ende möglicherweise nichts dabei heraus, aber das können wir nicht entscheiden. In allem ist dein Geist ereint. Du wirst Schmerzen kennenlernen, du wirst Lachen kennenlernen, du wirst alles kennenlernen, was dazwischen liegt, da du auf den Welten Einfluß haben wirst. Unterdessen, sagt der Marsbewohner, verlange vom Leben nicht mehr, als das Leben anzubieten bereit ist. Er lässt den Sand durch das Netz seiner Überlebensausrüstung rinnen und lauscht. Der tote Marsbewohner hat ihm im Laufe ihrer Begegnungen schon viele Dinge erzählt, noch nie jedoch mit einer solchen Intensität und den so reichhaltigen Tönen. Er weiß, er ist geeignet für Besonderes, er weiß, er wird auf Größe geprüft werden, er weiß, daß er als Toter zur Statur wird. 33 und Fisch und Fleisch Die Wächter auf Ganymed bieten ihm ihre Gratulation an. Er hat die Mission zu Ende geführt, die Pläne sind perfekt, die übermittelten Karten der Geräte sind genau, die verlorenen Materialien sind wiedergewonnen, sie bieten ihm Ehre und Reichtum und Macht und Ruhm an. Verbrauchen sie alles, was die Erde zu bieten hat, sagen sie und Mann und Maus und Fisch und Fleisch Leben, für den Rest ihres Lebens können sie alles haben, was sie wollen, sie müssen nur sagen, was sie wollen und sofort wird ihr Befehl ausgeführt. Wenn sie wollen, können sie König der ganzen Welt werden. Milde sitzt er vor ihnen. Er ist nicht erfreut, doch er ist auch nicht nicht erfreut. Er ist nicht hoffnungsfroh, doch er ist auch nicht hoffnungslos. Er Sagen sie uns, was sie wollen und alles, was in unserer Macht steht, wird getan werden, um es ihnen zu geben. Ich will aus der Zeit heraus genommen werden, denkt er. Aber wie sollten sie das verstehen? Ich will, sagt er, ich will die Meerjungfrau. 34 kleine geheime Bewegung Was er allein auf dem Mars tut, weit weg von der Kolonie wird niemals gewußt werden, denkt er. Nie werden sie ihn sehen können. Er ist weit weg, ein kleiner Punkt auf dem Monitor. Es ist eine geheime Bewegung, die einzig der tote Mars Bewohner verstehen könnte, doch der liegt in bodenloser Tiefe begraben, lange auf seiner Mission unterwegs zu den Sternen. 35 überlebensgroß er selbst Im Gesicht seines Sohnes sieht er überlebensgroß sich selbst zu enormer Größe aufgebläht, den unbekannten Raum durch eilend und aufteilend. Sein Sohn wird sein Leben noch einmal leben, aber unter geänderten Voraussetzungen. Sein Sohn wird anders sein. Sein Sohn wird die hervorbringen, die eines Tages die Felsen des Sirius erforschen werden. Sein Sohn wird auf dem Mars aufwachsen, doch er wird den toten Marsbewohner nicht kennenlernen. Vergrößert, verkleinert, für immer gespalten wird er wissen, was geschehen ist, doch er wird niemals wissen. Es ist nicht möglich. 36 Im Cockpit Im Cockpit hat er die Vorstellung, dass er in Salzwasser ertrinkt. Wasser wie eine amniotische Flüssigkeit steigt ihm in die Nase die Ohren und doch atmet er frei, eine unterirdische Kreatur, amphibisch, umgewandelt. Langsam erhebt er sich aus dem Traum und beobachtet, wie Neptun hoch an der Backbordseite vorbeizieht, sieht die zerfallene Stadt. Liebe ist eine imaginäre Zahl, von Roger Selassie Sie hätten wissen müssen, daß Sie mich nicht auf immer in Fesseln würden halten können. Wahrscheinlich wußten Sie das auch und deshalb war Stella immer da. Ich lag da und starrte zu ihr hinüber, den Arm über ihrem Kopf ausgestreckt, das schlafende Gesicht von blondem Haar gerahmt. Sie war mir mehr als meine Frau, sie war meine Bewacherin. Wie blind von mir, dies nicht früher erkannt zu haben. Aber was hatten Sie mir sonst noch angetan? Sie hatten mich vergessen gemacht, was ich war. Weil ich Sie war aber keiner von Ihnen hatten Sie mich an diese Zeit und diesen Ort gekettet. Sie hatten mich vergessen gemacht. Mit Liebe hatten Sie mich festgenagelt. Ich stand auf und die letzten Ketten fielen von mir ab. Ein vereinsamter Mondstrahl fiel auf den Boden der Schlafkammer. Ich trat durch ihn hindurch an die Stelle, wo meine Kleider hingen. In der Ferne erklang schwache Musik. Das war's, was dazu geführt hatte. Es lag so endlos lange zurück, dass ich jene Musik gehört hatte. Wie hatten Sie mich in die Falle gelockt? Jenes kleine Königreich vor endlosen Zeiten, wo ich das Schießpulver eingeführt hatte. Ja, das war der Ort. Dort hatten Sie mich festgehalten mit meiner Mönchskapuze von anderem gemacht und meinem klassischen Latein. Und dann die Gehirnwäsche und die Fesseln an dieses Anders Wann. Ich lachte leise glucksend, während ich mich ankleidete. Wie lange hatte ich an diesem Ort gelebt? Fünf undvierzig Jahre sagte mir meine Erinnerung. Aber wie viel davon war gefälscht? Der Spiegel im Flur zeigte mir einen Mann in mittleren Jahren, etwas korpulent mit dünner werdendem Haar, bekleidet mit einem roten Sporthemd und schwarzen Hosen. Die Musik wurde lauter, die Musik, die nur ich hören konnte, Gitarren, das gleichmäßige Dröhnen, einer ledernen Trommel. Mein Paart mich mit einem Engel und doch macht ihr keinen Heiligen aus mir, meine Genossen. Ich machte mich wieder jung und stark. Dann stieg ich die Treppe hinunter ins Wohnzimmer, trat an die Bar, schenkte ein Glas Wein ein und trank davon, bis die Musik ihre volle Intensität erreichte und goss dann den Rest hinunter und zerschmetterte das Glas auf dem Boden. Ich war frei. Ich wandte mich zum Gehen und dann war oben ein Geräusch zu hören. Stella war erwacht. Das Telefon klingelte. Es hing an der Wand und klingelte und klingelte, bis ich es nicht länger ertragen konnte. Ich nahm den Hörer ab. Da ist es wieder getan, sagte jene alte, vertraute Stimme. Gib nicht der Frau die Schuld, sagte ich. Sie konnte mich nicht die ganze Zeit bewachen. Es ist besser, wenn du gleich bleibst, wo du bist, sagte die Stimme. Das erspart uns beiden viel Mühe und Ärger. Gute Nacht, sagte ich und legte auf. Der Hörer schlang sich um ein Handgelenk und die Schnur wurde zu einer Kette, die in einem Ring in der Wand befestigt war. Wie kindisch von ihn. Ich hörte, wie Stella sich oben anzog. Ich bewegte mich 18 Stufen seitwärts von dort an den Ort, wo mein schuppiger Arm sich leicht von den Lianen löste, die sich um ihn geschlungen hatten. Und dann wieder ins Wohnzimmer zurück und zur Tür hinaus. Ich brauchte ein Fahrzeug. Ich fuhr das Cabriolet rückwärts aus der Garage. Er war der schnellere der beiden Wagen. Dann auf den nächtlichen Highway und dann über mir ein Donnern. Es war eine Piper Cup, die sich tiefer senkte, steuerlos. Ich trat auf die Bremsen, die Maschine raste auf mich zu, fetzte Baumwipfel ab, zerriss Telefonleitungen und stürzte mitten auf der Straße ab einen halben Block vor mir. Ich bog scharf nach links in eine Seitengasse und dann auf die nächste Straße hinaus, die parallel zur der Main verlief. Wenn sie das Spiel so treiben wollten, nun, mir stehen da auch gewisse Hilfsmittel zur Verfügung. Trotzdem war ich froh, dass sie angefangen hatten. Ich jagte hinaus aufs Land, wo ich Dampf sammeln konnte. In meinem Rückspiegel tauchten Lichter auf. Machen Sie das? Das ging zu schnell. Entweder war es einfach nur ein anderer Wagen, bessere Teil der Tapferkeit. Ich schaltete, aber nicht das Getriebe. Jetzt jagte ich in einem flacheren, stärkeren Wagen dahin. Wieder schaltete ich. Ich fuhr von der falschen Seite des Fahrzeugs aus und raste in der falschen Richtung auf der Straße dahin. Wieder keine Räder diesmal. Mein Wagen fegte auf einem Luftkissen dahin, raste über eine von Schlaglöchern übersähte Straße. Sämtliche Gebäude, an denen ich vorbeifegte, bestanden aus Metall. Nichts, das ich sah, war aus Stein oder Ziegel oder Holz gebaut. In der Kurve hinter mir tauchte ein Scheinwerferpaar auf. Ich schaltete die eigenen Lichter ab und schaltete und wieder und wieder und wieder. Ich schoss durch die Luft, hoch über einem riesigen Sumpf, hinter mir eine Reihe von Überschall Explosionen herziehend wie Perlen an einer Kette. Dann schaltete ich wieder und schoss flach über dem dampfenden Land dahin, in dem große Reptil, den die Köpfe wie Bohnen ranken aus dem Sumpf hoben. Die Sonne stand hoch über dieser Welt wie ein Schweißbrenner. Ich hielt das sich aufbäumende Fahrzeug durch bloße Willenskraft zusammen und wartete auf die Verfolger. Doch da waren keine. Wieder schaltete ich. Ein Ich steuerte mein Reittier mitten in den Wald hinein und ließ es landen. Werde ein Pferd befahl ich und sprach das entsprechende Zauberwort. Dann saß ich auf einem schwarzen Hengst und trottete auf dem Pfad, der sich durch den finsteren Wald wand. Sollte ich hier bleiben und sie mit Zauberkraft bekämpfen oder weiterziehen und ihnen in einer Welt entgegentreten, wo die Wissenschaft herrschte? Oder sollte ich auf Umwegen in ein fernes Anderswo gehen, in der Hoffnung, ihnen ganz zu entkommen? Meine Fragen beantworteten sich selbst. Hinter mir klapperten Hufe und dann tauchte ein Ritter auf. Er saß auf einem hochgewachsenen, stolzen Ross. Er trug eine funkelnde Rüstung und auf seinem Schild prangte ein rotes Kreuz. Es reicht, sagte er, zügle dein Pferd. Das Schwert, das erhob, glänzte böse, bis ich es in eine Schlange verwandelte. Er ließ es fallen, die Schlange verschwand im Unterholz. Wie bitte? Warum gibst du nicht auf? fragte er. Komm zu uns oder gib auf. Warum gibst du nicht auf? Löse dich von ihn und schließe dich mir an. Wir könnten gemeinsam viele Orte und Zeiten wechseln. Du besitzt die Fähigkeit und die Ausbildung. Aber inzwischen hat er sich näher an mich herangearbeitet und versuchte mich mit der Schildkante vom Pferd zu stoßen. Ich machte eine Handbewegung und sein Pferd stolperte, warf ihn ab. Überall wohin du gehst folgen wir Seuchen und Kriege auf dem Fuße, keuchte er. Jeder Fortschritt hat seinen Preis, das wovon du sprichst, sind nicht wie du ihn siehst. Was nützen all die Maschinen und Ideen, die du in ihren Zivilisationen freisetzt, wenn du nicht die Menschen selbst verwandelst? Gedanken und Mechanismen schreiten fort, die Menschen folgen langsam dahinter, sagte ich, stieg vom Pferd und trat neben ihn. Du und deines gleichen, ihr sucht nur ewige Finsternis auf allen Ebenen der Existenz. Trotzdem tut mir leid, was ich nun tun muss. Ich zog das Messer aus der Scheide und stieß es durch sein Visier, aber der Helm war leer. Er war an einen anderen Ort entflohen und lehrte mich damit erneut, wie nutzlos es war, mit einem ethischen Anhänger der Evolution zu argumentieren. Ich stieg wieder auf und ritt weiter. Nach einer Weile hallten erneut Hufschläge hinter mir. Ich sprach ein anderes Zauberwort und fand mich auf einem Einhorn und raste mit unvorstellbarer Geschwindigkeit durch den finsteren Wald. Doch die Verfolgung hielt an. Schließlich erreichte ich eine kleine Lichtung, deren Mitte ein großer Steinhaufen aufgeturmt war. Ich erkannte, dass es sich um einen Ort der Kraft handelte und so stieg ich ab und befreite das Einhorn, das sofort verschwand. Ich bestieg den Steinhaufen und setzte mich darauf. Dann zündete ich mir eine Zigarre an und wartete. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass man mich so bald entdecken würde, und das irritierte mich. Ich würde diesem Verfolger hier entgegentreten. Eine graue Meere betrat die Lichtung. Stella! Steig herunter, rief sie. Die greifen jeden Augenblick an. Amen, sagte ich, ich bin bereit. Sie sind in der Mehrzahl, das waren sie stets. Du wirst wieder verlieren und wieder und wieder, solange du darauf bestehst, gegen sie zu kämpfen. Komm herunter und geh mit mir weg. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich weichen, fragte ich, ich bin eine Institution. Wenn es mich nicht gäbe, hätten sie bald keine Kreuzzüge mehr. Denk doch, wie wandte einen nahestehenden Baum. Sie haben angefangen. Dann verschwinde hier, Mädchen, das ist nicht dein Kampf. Du gehörst mir. Ich gehöre mir selbst, niemand anderem, vergiß das nicht. Ich liebe dich. Du hast mich verraten. Nein, du sagst, dass du die Menschheit liebst, das tue ich auch. Ich kann dir nicht glauben, nach allem, was du ihr angetan hast, kannst du das nicht. Ich hob die Hand. Ich verbanne dich aus diesem Hier und Jetzt, sagte ich, und dann war ich wieder allein. Wieder fielen Blitze und versenkten den Boden rings um mich. Ich schüttelte die Faust. Gebt ihr nie auf? Gebt mir ein Jahrhundert des Friedens, um mit ihnen zu arbeiten. Dann zeige ich euch eine Welt, von die ihr nicht glaubt, dass es sie geben könnte, rief ich. Als Antwort darauf begann der Boden unter mir zu zittern. Ich kämpfte gegen sie. Ich schleuderte ihnen ihre Blitze zurück. Als die Winde sich erhoben, verdrehte ich sie. Aber die Erde fuhr fort zu zittern und am Fuße des Steinhaufens riß der Boden auf. Zeigt euch, rief ich, kommt doch einer nach dem anderen, dann zeige ich euch geschaltet und war jetzt ein pelzbedecktes Geschöpf, hinter dem ein Rudel herrannte, mit Augen wie feurige Scheinwerfer, Fängen wie Schwerter. Ich glitt zwischen den dunklen Wurzeln des Banyan Baumes aus und die Verfolger mit ihren langen Schnäbeln hackten auf meinem schuppigen Leib. Auf den Schwingen eines Kolibris schoss ich dahin und hörte den Ruf eines Falken. Ich schwamm und sie waren rings um mich. Ich wurde gefangen, wie ein Fisch in einem Netz gefangen wird. Ich wurde gefesselt. Irgendwo hörte ich sie weinen. Warum versuchst du es immer wieder? fragte sie. Warum kannst du nicht mit mir zufrieden sein, mit einem Leben des Friedens und der Muße? Erinnerst du dich nicht, was sie dir in der Vergangenheit angetan haben? Waren deine Tage mit mir nicht unendlich besser? Nein, rief ich. Ich liebe dich, sagte sie. Eine solche Liebe ist eine imaginäre Zahl, sagte ich, und man hob mich auf und trug mich weg. Sie folgte mir weint. Ich habe sie angebettelt, dir eine Chance zum Frieden zu geben, aber du hast mir das Geschenk ins Gesicht geworfen. Der Frieden der Lobotomie, Lotus und Thorazine, sagte ich, nein, da ist es schon besser, wenn sie ihren Willen gegen den Meinen setzen und wenn ihre Wahrheit ihre Lüge gebiert, so wie sie es tut. Kannst du das wirklich sagen und es auch glauben? sagte sie. Hast du schon die Sonne des Kaukasus vergessen, den Geiern, der deine Seite Tag nach rotem Tag aufreißt? Das vergesse ich nicht, sagte ich, aber ich verfluche sie, ich werde gegen sie sein, mich ersetzen, bis ans Ende des Wann und Wo und eines Tages werde ich siegen. Ich liebe dich, sagte sie. Wie kannst du das sagen und das glauben? Du nah, hallte ein Chor von Stimmen und man legte mich auf diesen Felsen in dieser Höhle und kettete mich an. Den ganzen Tag lang spuckt eine angebundene Schlange Gift in mein Gesicht und sie hält eine Pfanne, um es aufzufangen. Nur dann, wenn die Frau, die mich verraten hat, jene Pfanne ausleeren muß, spuckt die Schlange mir in die Augen und dann schreie ich. Aber ich werde wieder freikommen und ich werde mit meinen vielen Gaben der leidenden Menschheit helfen und an jenem Tage, an dem eine Gefangenschaft endet, wird ein Zittern durch die Welt gehen. Bis dahin kann ich wenn sie sie wegnimmt. Das Sportfeld von Bill Bronzini Wir hatten 34 Monate auf dem Instandsitzungsaußenposten 217c hinter uns, als Renzo auf die Idee kam, ein Sportfeld zu bauen. Einer von uns beiden hätte schon lange vorher daran denken sollen. Abgesehen von den Mikrobüchern hatten wir als Freizeit Beschäftigung nur Spielkarten und Schach und Dame Spiele für das Zimmer, die keiner von uns beiden sonderlich gern mochte. Wir waren nämlich beide mit Sport an der frischen Luft aufgewachsen. Renzo Spiel war Fußball und ich mochte vor allem Baseball. Wir konnten uns stundenlang über Fußball oder Baseball unterhalten, über die klassischen Profispiele und über die, bei denen wir als Kinder zu Hause mitgemacht hatten. Eigentlich ist es komisch, wie die Gedanken laufen. Trotz dieser stundenlangen Gespräche über Sport dauerte es 34 Monate, bis einer von uns den Vorschlag machte, ein eigenes Sportfeld für uns zu bauen. Auf der anderen Seite hatten wir aber die Idee abgeblockt wegen der Bedingungen, unter denen wir arbeiteten, die von 217 C. Es war ein unbewohnter Zwergplanet, der direkt am Rand der Routen im C-Sektor der Kompanie lag. Er bestand zum größten Teil aus vulkanischem Fels und Vulkanasche und noch hier und da fanden sich kleine Baumgruppen und Flecken von leuchtend grünem Gras. Die Gravitation war 2,3 Mal höher als auf der Erde und die Axialdrehung brauchte 21,40 Erdenstunden. Aber die Atmosphäre hatte einen niedrigen Sauerstoffgehalt. Man konnte in ihr ohne Maske atmen, aber nur, wenn man nichts Anstrengendes zu tun hatte und nicht mehr als zwei Stunden hintereinander. Und das Wetter war schlicht, ständig heiß und feucht, Tag und Nacht und eine dichte Wolkendecke, die immer tief über uns hing, verwandelte selbst das Tageslicht in dunkles Grau. Wir sahen weder die Sonne des Planeten noch einen seiner winzigen Monde auch nur ein einziges Mal. Dazu kam, dass wir keinerlei Ausrüstung, Bälle, Schläger oder ähnliches hatten und uns auch nichts in der Richtung schicken lassen konnten. Die Kompanie lehnte es ab, das unbemannte Versorgungsschiff, das alle sechs Monate von der Sektorenbasis zu uns kam mit, wie sie es nannten, frivole Material zu beladen. Die Mikrobücher waren die einzige Konzession von ihrer Seite. Und wir selbst konnten den Außenposten nicht verlassen, denn wenn wir das taten, verloren wir unseren gesamten angesammelten Lohn. Darüber waren wir uns schon bei unserer Verpflichtung klar. Sicher, das stand in dem Vertrag der Kompanie. Sie zahlten enorme Beträge, aber die Sache hatte einen Haken. Man musste sich für volle sechs Jahre verpflichten und sie behielten alle Credits, bis diese sechs Jahre um waren. Wenn irgendwelche anderen Menschen auf 217C gekommen wären, hätten wir sie darum bitten können, uns bei einem weiteren Besuch alles mitzubringen, was wir brauchten. In all den 34 Monaten aber war der einzige andere Mensch, den wir zu Gesicht bekamen, Dietrich, der Leiter des Sektors, der ungefähr alle 15 Monate zu einer Routine Inspektion zu uns kam. Jeder der Frachter, der gezwungen war, die Routen zu verlassen und wegen Treibstoff oder Reparaturarbeiten bei uns zu landen war unbemannt, denn das war billiger als bemannte Schiffe. Wenn die Kompanie eine Methode gefunden hätte, Außenposten wie den hier mechanisch zu betreiben, statt sie mit ausgebildeten Mechanikern zu besetzen, dann hätten sie das wahrscheinlich getan. So war es aber nicht und deshalb waren wir hier, Renzo und ich. Wir sind eigentlich von Anfang an recht gut miteinander ausgekommen, Renzo und ich, aber gab es außer Sport noch eine ganze Menge, das war der Grund, warum wir ausgesucht worden waren, um als Team zusammen zu arbeiten, können sich nach einer gewissen Zeit auf die Nerven gehen. Besonders auf einem Planeten wie dem hier, wo es kein Sonnenlicht oder Mondlicht gab und alles bis auf die Bäume und diese wunderbaren Flecken von leuchten grünem Gras farblos war. Vielleicht hätten wir auch Streit miteinander bekommen, wenn die Psychokonditionierung nicht gewesen wäre, die die Kompanie bei allen ihren Angestellten durchführt. Sie sagten, die Psychokonditionierung sollte uns davon abhalten, über Frauen und Sex und die Familie zu Hause nachzudenken. Aber sie sollte einen auch davon abhalten, mit dem Partner Streit anzufangen. Sie sagten uns nichts davon, weil sie nicht wollten, dass wir uns darüber Gedanken machen. Trotzdem hatten wir schon Tage nicht mehr miteinander gesprochen, als Renzo die Idee kam, ein Sportfeld zu bauen. Dann verschwand die Spannung plötzlich und wir waren uns so nah wie in den ersten Monaten. Es war fast so, als wären wir mit einer völlig neuen Betrachtung unseres Lebens neu geboren worden. Wir machten uns sofort an die Arbeit. Zuerst zeichneten wir Pläne, die wir immer wieder verbesserten, und 100 Meter breit werden. Auf drei Seiten sollte es von einem geschwungenen Holzzaun von drei Metern Höhe begrenzt werden. Auf der vierten Seite wollten wir vier Reihen Zuschauersitzplätze aufstellen, obwohl da nie Zuschauer sitzen würden, denn wir waren beide der Ansicht, dass das Feld so echt wie möglich aussehen sollte. Es sollte bis auf die Zugänge zu den Basen, den Wurfhügeln und den Trainerbänke und alles andere, was sonst noch nötig war, bekommen. Es würde das beste Sportfeld werden, das jemals außerhalb der Erde im Raum gebaut worden war. Nachdem wir erst einmal mit den Plänen zufrieden waren, suchten wir uns die bestmögliche Stelle aus. Wir brauchten zwei Tage, bis wir uns auf einen Standort geeinigt hatten, der uns beiden gefiel. Die Stelle, für die wir uns entschieden hatten, lag hinter der Blase, in der wir lebten. Am Rand der Anlage und in direkter Nähe der größten Baumgruppe, wo auch das meiste Gras wuchs. Am nächsten Tag fingen wir mit dem Bau Außenposten und den Heimatbereich auf dem Baseball Diamanten aus. Wir benutzten Kunstharz, das bei Hitze hart wurde, um Verbindungsstücke zusammenzuschweißen. Nachdem acht Monate vergangen waren, insgesamt 42 Monate auf dem Außenposten 217C, war das Feld im Rohbau fertig. Der Zaun und die Tribünen standen. Wir überlegten uns, ob wir alles anstreichen sollten. Aber die einzige Duro-Farbe, die wir hatten, war grau, die Farbe der Frachter der Kompanie und die Farbe unserer Umgebung. Und die wollten wir nicht verwenden. Außerdem sah das Holz in seiner natürlichen Farbe gut aus und es würde noch besser aussehen, wenn wir alles mit Gras ausgelegt hatten. Das war unser nächstes Projekt, das Gras. Wir stachen aus der Grasnabel Stücke von einem halben Quadratmeter Größe aus, trugen sie zu dem Feld und legten sie sorgfältig in der Form des Baseball Diamanten und des rechteckigen Fußballfeldes aus. Als wir damit fertig waren, machten wir uns an die versenkten Trainerbänke und die Tore. Und als wir das geschafft hatten, schnitten wir mit dem Laser ein Stück Fels zu einem Heimatbereich zurecht, brachten das an Ort und Stelle, stellten aus Versorgungsmaterial drei Basen und das Netz für die Tore an dem Feld gearbeitet. Wir waren noch nicht ganz fertig, da waren noch einige Kleinigkeiten zu erledigen und ein größeres Problem zu lösen, bevor wir anfangen konnten, das Feld zu benutzen. Aber im Grunde hatten wir es geschafft und richtig geschafft, genau so, wie wir es geplant hatten. Renzo und ich standen da und bewunderten es, nachdem wir das letzte Tornetz an seinem Platz festgebunden hatten. Hast du in deinem ganzen Leben schon einmal so einen sagenhaften Anblick gesehen? fragte er. Nein, sagte ich. Nie. Das war die ganze Arbeit wert, Alex. Wenn das Feld nicht gewesen wäre, wären die letzten elf Monate hart geworden, verdammt viel härter als die ersten vier und dreißig. Ich weiß, sagte ich, aber jetzt sind wir fein raus. Wenn wir erst einmal die Spiele anfangen, werden die nächsten 27 sogar noch leichter werden. Zuerst spielen wir Fußball, wenn alles fertig ist, sagte er. Bist du damit einverstanden? Klar, Fußball wird gespielt. Kurz darauf, als die Hitze unerträglich wurde, gingen wir in die Blase zurück, um uns etwas auszuruhen und Nahrung zu uns zu nehmen. Und während wir aßen, kam ein Funkspruch von der Sektorenbasis, der Erste, seit vor drei Monaten ein Frachter auf dem Weg nach draußen zu uns umgeleitet wurde, um die Luftschlosen reparieren zu lassen. Der Sektorenleiter Dietrich war zu einer Inspektion zu 217 C unterwegs und würde in 62 Stunden eintreffen. Renz und ich sollten alles für ihn bereit machen, einschließlich der Zusatzunterkunft. Er hatte vor, zumindest über Nacht zu bleiben. Die Nachricht interessierte keinen Gebaut hatten. Seit Dietrichs letztem Besuch waren 15 Monate vergangen. 15 Monate, in denen wir kein anderes menschliches Wesen gesehen hatten. Aber wir waren noch ziemlich aufgeregt darüber, wie gut das Feld geworden war. Außerdem mochte keiner von uns Dietrich besonders. Er war ein strenger Kompaniemensch, einer von der Art, die dich wissen lassen, dass du selbst nur eine Art Robot bist und dich nicht so sehr von der Flotte von Schiffen unterscheidest, die unter seiner Aufsicht Mochte er auch nicht. Als er zum ersten Mal zu einer Inspektion hergekommen war, hatte ich versucht, mich mit ihm über Baseball zu unterhalten und er hatte nicht das leiseste Interesse gezeigt. Nachdem wir aber den Funkspruch bestätigt hatten, sagte Renzo, weißt du was, Dietrich hat den Zeitpunkt für seinen Besuch nicht schlecht abgepasst, jetzt können wir ihm das fertige Feld vorführen. Glaubst du, er ist damit einverstanden? Klar ist er das. Warum sollte er nicht damit einverstanden sein? Wir verbrachten den größten Teil der nächsten drei Tage damit, den Instandsetzungshangar, die Treibstoffstation und die Raketenrampe für Dietrichs Inspektion fertig zu machen. Alles musste sauber sein. Wenn er irgendetwas fand, das nicht in Ordnung war, was ihm nicht gelingen würde, dann konnten wir nach dem Kompanievertrag dafür bestraft werden. Wir fanden aber auch noch etwas Zeit für Arbeit an dem Feld, zum größten Teil kosmetischer Art. Wir bauen und an der Tribüne ab derartige Dinge. Renz und ich waren auf dieses Feld sehr stolz und wir wollten es für Dietrich so gut wie möglich aussehen lassen. Die kleine Ein-Mann-Fähre des Sektorenleiters landete planmäßig um neun Uhr. Nachdem Dietrich seine Motoren ausgeschaltet und sich auf der Rampe verriegelt hatte, gingen Renz und ich hinaus und standen wartend am Lug der vorderen Luftschleuse. Es dauerte noch zehn Minuten, bevor er ausstieg. Es war schön, wieder einmal einen anderen Menschen zu sehen, selbst wenn es Dietrich war. Und er war eine recht beeindruckende Gestalt, das mußte man zugeben. Groß, alterslos, großer, runder Kopf mit dichtem Haar in dem gleichen Silbergrau wie seine Uniform, das Gesicht braun und so glatt, dass es wie poliert aussah, scharfe grüne Augen, leuchtend und kalt, die einzigen Farbflecken an seiner Person. Genau wie das Gras und die Bäume die einzigen Farbflecken auf 217 C waren. Als erstes sagte er, gut euch wiederzusehen, Männer. Er hörte sich aber nicht so an, als meinte er das auch so. Und er lächelte nicht und gab keinem von uns beiden die Hand. Alles in Ordnung hier? Ja, Sir, sagte Renzo, alles in Ordnung. Dietrich sah uns beide lange und durchdringend an, als versuchte er eine telepathische Verbindung mit uns herzustellen, um unsere Gedanken zu durchwühlen. Dann sagte er, also gut, fangen wir an, Bewegung. Und wir gingen von der Rampe direkt zu der Blase. Dietrich aber wollte sich nicht ausruhen oder etwas essen oder sich in seiner Unterkunft säubern, bevor er mit der Inspektion anfing. Das tat er nie. Wir machten uns also sofort an den Durchgang durch seinen Wohnbereich und dann ging es weiter in die Nachschubsektion, zu einer Inventur der Lagerbestände und dann hinaus in den Hangar für eine weitere Inventur der Werkzeug- und Materialbestände dort. Es dauerte bis zum späten Nachmittag, bis Dietrich mit dem Hangar fertig war. Er schien zufrieden darüber, daß alles in Ordnung war, aber nicht zu froh darüber, als wollte er etwas finden, das nicht stimmte. Er sagte, den Rest der Anlage heben wir uns für morgen auf. Jetzt könnte ich etwas zu essen gebrauchen. Ich sagte, was immer Sie wollen, Mr. Dietrich. Auf dem Rückweg zur Blase fing Renzo meinen Blick auf und grinste und nickte in Richtung auf das Sportfeld. Dann sagte er zu unserem Chef, wenn es Ihnen nichts ausmacht, Sir, möchten Alex und ich Ihnen gerne etwas zeigen, bevor wir hineingehen. Mir zeigen? Ja, Sir, es wird nicht lange dauern. Was ist es denn? Etwas, worauf wir eigentlich ziemlich stolz sind. Ich konnte sehen, daß Dietrich nicht viel Interesse an etwas hatte, das wir ihm zeigen wollten, aber er zuckte die Achsel und sagte, Na gut, wo ist es? Dort hinten, hinter der Blase, sagte Renzo, und wir führten ihn hin bis direkt vor den Zaun, jenseits der Tribünen, auf die Seite des ersten Mals des Baseball-Diamanten. Ist das nicht ein schönes Sportfeld, Mr. Dietrich? Alex und ich haben es in unserer Freizeit im Verlauf der letzten zwölf Monate gebaut. Es ist gerade vor ein paar Tagen fertig geworden. Dietrich stand da und sah sich das Feld eine Drittel Minute lang an. Dann drehte er sich um und starrte uns an. Auf seiner Stirn und neben seiner Nase zeigten sich Falten und seine kalten Augen schienen noch kälter, wie gefrorenes grünes Wasser. Soll das ein Witz sein? sagte er. Sir? Das ist kein Sportfeld, das ist überhaupt nichts als nackter Felsen. Sowohl Renzo als auch ich sahen ihn mit gerunzelter Stirn an. Das ist eine Lüge, sagte ich. Genau hier, von den Bäumen, ist ein Sportfeld. Welche Bäume? sagte Dietrich. Auf 217 C gibt es keine Bäume, das ist eine tote Welt, hier wächst nichts. Das ist auch eine Lüge, sagte Renzo, hier gibt es Bäume, damit haben wir das Feld gebaut, mit dem Bäumen und dem Gras. Dieses Mal sagte Dietrich nichts. Hinter ihm sah ich, wie das grüne Feld flimmerte und eine Sekunde lang verschwand und nichts als grau und schwarz blieben übrig. Aber das war nur eine Täuschung durch das dunkle Tageslicht, eine optische Täuschung. Es war schon da, es war da. Ich sagte, Sie haben kein Recht zu sagen, unser Feld wäre nicht da. Es ist alles, was wir haben. Seit elf Monaten gibt es für uns nichts anderes. Ich denke, ich habe genug gehört, sagte Dietrich kalt. Er schob uns zur Seite und ging auf die Blase zurück. Renzo sagte, Wo gehen Sie hin, Mr. Dietrich? Ein Psychoteam anfordern, sagte er, ohne sich umzusehen. Psychoteam? Sie glauben wohl, wir sind schon verrückt, ist das der Grund? Das kann ich nicht entscheiden. Sie haben bereits entschieden, wenn Sie ein Psychoteam anfordern wollen, das steht doch wohl fest, verdammt noch mal. Renzos Gesicht war vor Wut verzerrt und er war rot geworden. Mir ging es genauso. Die dunkelgrauen Schatten sprangen mir wieder im Kopf umher, genau wie früher, bevor wir mit dem Bau des Feldes angefangen hatten. Sie wollen wohl die Wahnsinnsklausel in unserem Vertrag benutzen, sagte er, um uns um unseren Lohn zu betrügen. Das haben Sie doch vor, oder? Ich habe davon gehört, dass die Kompanie solche weiter auf die Blase zu, jetzt ein wenig schneller. Ich tauschte mit Renzo einen Blick. Dann zog ich das Laserwerkzeug, das ich in meinem Werkzeuggürtel trug, zielte und erwischte ihn genau mit einem einzigen sauberen Strahl. Er gab beim Fallen nicht einmal mehr einen Ton von sich. Seit wir all die Bäume für den Bau des Sportfelds mit dem Laser gefällt hatten, war ich ein recht guter Schütze geworden. Wir gingen hin und standen über der Leiche des Sektorenleiters. Keiner von uns beiden sagte ein Wort. Das brauchten wir auch nicht. Nach all der Zeit, die wir zusammen verbracht hatten, war ich auf Renzos Gedanken ebenso gut eingestellt wie er auf meine, fast so, als wären wir zu Symbioten geworden. Und jetzt dachten wir beide, dass damit unser größtes Sportproblem gelöst war. Wir verschwendeten also keine Zeit mehr, sondern machten uns an die Arbeit. Und kurz bevor es an diesem Abend dunkel wurde, gingen wir hinaus auf das Feld, auf all das wunderbare leuchtengrüne Gras und spielten unser erstes Fußballspiel. Wir benutzten Dietrichs Kopf als Da ist er hinein, sagte der Ältere der beiden Jungen. Ich sah ihn. Er kann nicht einfach so unter einen Felsen kriechen, Jigs, sagte der Andere. Er ist zu groß. Aber er ist furchtbar dürr, sagte Jigs. Raby, du gehst auf die andere Seite und ich werde ihn rufen. Wenn er bei dir raus kommt, dann hältst du ihn fest, bis ich komme. Raby zog ab und Jigs beugte sich zu der Öffnung unter der großen Felsplatte. Mr. Johnson, rief er, kommen Sie raus, Mr. Johnson, wir sind es nur. William Johnson zuckte krampfartig und wühlte sich tiefer in die modrig riechende Erde unter dem Fels. Er drückte sein Gesicht hinein, um das Geräusch seines Atmens zu ersticken. Kommen Sie jetzt raus, Mr. Johnson, sagte Jigs Stimme von draußen. Wenn Sie nicht rauskommen, muss ich sie holen. William regte sich nicht. Dann, nach einer langen Pause, während der er mit angehaltenem Atem lag, hörte er das Kratzen und Scharren eines Körpers, der durch den schmalen Spalt unter dem Fels kroch, auf ihn zu. Er machte ein hohes, quietschendes Geräusch in der Kehle, hatte er die überhängende Kante des Felses erreicht und kroch hinaus ins sonnenbeschiedene Gras. Er sprang auf und wollte rennen, aber zwei schlanke Arme fingen und hielten ihn. »Jigs!« schrie Raby triumphierend. »Ich habe ihn! Ich habe ihn hier!« Unter dem Felsen hinter ihm wurden Geräusche laut, und eine Sekunde später krabbelte Jigs heraus und stand vor Johnson. An seinen schimmernden Kleidern haftete keine Erde. Sein Kopf reichte Johnson an die Schulter, und sein Gesicht war so schön wie ein Profil auf einer Gemme, traurig und besorgt. »Mr. Johnson«, sagte er, »warum laufen Sie weg? Wissen Sie nicht, wie leicht Sie sich verletzen können? Wir haben es Ihnen wieder und wieder gesagt, Mr. Johnson.« William antwortete nicht. Er wimmerte und zappelte unwirksam in Rabies um Klammerung. »Was sollen wir machen, Jiggs?« fragte Rabie. »Er ist ganz aufgeregt und wird sich noch verletzen, wenn er nicht aufhört zu zappeln. Ich glaube, er will wieder unter den Fels kriechen, sagte Jiggs. »Bringen wir ihn weg, wo es nichts gibt, unter das er kriechen könnte. Dann wird er sich vielleicht beruhigen. Er ging voraus. Rabie stemmen und die Spannung wich aus seinen Armen. Nach einer Weile ließ der Junge ihn los und er trottete mit gesenktem Kopf zwischen ihnen, daß sein graues Haar vorwärts über sein hohlwangiges, doch verhältnismäßig jung aussehendes Gesicht fiel. Seine in schimmernden Ärmeln steckende Arme, er trug die gleiche Kleidung wie Jiggs und Rabie, baumelten schlaff zu beiden Seiten. Sie waren am Hang eines steinigen Hügels gewesen, dicht unterhalb seines Gipfels. Jetzt umgingen sie den Gipfel und stiegen auf der anderen Seite ab, wo die Hänge sanft ausliefen, so gleichmäßig mit feinem Gras bedeckt, daß es beinahe parkähnlich schien. Nicht weit von ihnen war ein großes abruptes Loch von mehreren hundert Quadratmetern Größe in den Sonne gleisten. Jenseits der dunstigen blauen Schultern der Vorberge und hier und dort zwischen ihnen war ein Aufblitzen heller Farbtupfen, deren Formen und Zwecke aus der Ferne nicht zu bestimmen waren. Sie gingen weiter, bis sie das weiche, fast ebene Wiesengras neben dem Steinbruch erreichten. Und dort setzten die beiden Jungen sich, nachdem sie William Johnson zu Boden gezogen hatten. Sie hockten mit untereinander geschlagenen Beinen wie Indianer im Kreis. William schien jeden Gedanken an Widerstand aufgegeben zu haben, aber seine Augen waren noch wild, wie die eines gefangenen Tieres. Sie starrten in die Ferne zu den dunstigen Vorbergen und langsam bildeten sich zwei Tränen in ihnen, quollen über die Lieder und rannen über sein hageres Gesicht. »Heim«, sagte Jiggs streckte seinen Arm aus und rieb langsam und besänftigend Williams Schulter. »Nun, Mr. Johnson«, sagte er, »Sie wissen, dass Sie nicht nach Hause gehen können. Sie können in der Zeit nur vorwärts gehen, nicht rückwärts. Wir haben Ihnen immer und immer wieder gesagt, dass Sie nicht nach Hause gehen können.« William verbarg sein Gesicht in den Händen und schlurzte. »Aber Mr. Johnson«, sehen, werden Sie alle möglichen Dinge entdecken, die Sie erfreuen. Sehen Sie, wie die Vorberge aus der Ebene steigen, sehen Sie nur Mr. Johnson. Langsam und widerwillig hob der Mann seinen Kopf und blickte in die angezeigte Richtung. »Diese helleren Umrisse hinter Ihnen und über dem Dunst, das sind die richtigen Berge. Bloß sieht man sie nicht so gut, weil wir hohe Luftfeuchtigkeit Raby ein und hielt ihm ein Gras vor die Nase. Sehen Sie das an, Mr. Johnson, sehen Sie, wie fein und scharf die Strukturlinien sind? So schön, Vollkommenheit in einem kleines Stück. Macht Sie das nicht glücklich? Plötzlich schlug William die Hand, die das Gras hielt, zur Seite. Nein, rief er, nein. Bitte, Mr. Johnson, sagte Jiggs. Er ließ seine Hand besänftigend über das knochige Rückgrat des Erwachsenen streichen abwärts und wieder aufwärts. Versuchen Sie, Ihre Umwelt zu mögen. Sie werden sich viel besser fühlen, wenn Sie es tun. Es ist hübsch hier, aber Sie wollen sich nicht eingestehen, dass es Ihnen gefällt. Das ist nicht wahr. William blickte finster von einem jungen Gesicht zum anderen. Es ist nicht wieder heim. Aber Sie können nicht nach Hause, sagte Raby. Außerdem war es damals wirklich nicht sehr schön. Mr. Johnson, Sie wissen das so gut wie ich, aber Sie wollen es nicht zugeben. Es war schmutzig und die Leute waren die ganze Zeit krank. Oder etwa nicht? Nein, explodierte William. Es war schön und einfach. Und natürlich er schluchzte wieder auf. Es gab Leute, mit denen man reden konnte. Einfache Leute, die einfache Dinge mochten und in einfachen Häusern wohnten gewöhnliche Leute und sie aßen richtiges Essen, richtige gekochte Mahlzeiten. Sie können alles zu essen haben, was Sie wollen, Mr. Johnson, sagte Jiggs. Wir werden es Ihnen geben, sobald wir nach Hause kommen. Ich will euer Essen nicht, rief William verzweifelt. Es ist nicht richtig, es ist nicht natürlich, es ist künstliches Zeugs und schmeckt nach nichts. Wieso? Es so gut wie das Essen, das sie sich zu verschaffen pflegten, indem sie Tiere töteten und Pflanzen kochten. Es ist bloß aus den wesentlichen Grundstoffen hergestellt, das ist alles. Ich sage, es ist ein eintöniger ekelhafter Fraß. William rückte herum und machte Bewegungen, als wolle er aufspringen und fliehen, aber er tat es nicht. Er ließ den Kopf hängen. Es ist nicht richtig, flüsterte er zu dem Gras zwischen seinen Knien. Nach einem Moment hob er seinen Kopf mit einem Ruck und starrte Jiggs höhnisch ins Gesicht. Ihr glaubt, so genau zu wissen, was ich wirklich will, und ihr seid so bemüht, es mir zu geben, nicht wahr? Und warum? Warum? Wir haben Mitleid mit Ihnen, Mr. Johnson, sagte Jiggs, der sein Gesicht nicht abwandte und keine Miene verzog, als der heiße Atem des Mannes ihm entgegenschlug. Das kann ich mir denken. William stieß sich plötzlich vorwärts und auf seine Knie, so dass er vor Jiggs kniete und den sitzenden Jungen überragte. Weißt du, was ich bin? sagte er mit zitternder Stimme. Ich bin Physiker, ein Forschungsphysiker, ich habe vier Universitätsgrade, ich habe ein was zudem noch nie jemand intelligent und geschickt und kenntnisreich genug gewesen ist. Ich reiste in die Zukunft, in die ferne Zukunft. So ein Mann bin ich. Wir wissen es, Mr. Johnson, sagte Raby hinter ihm. Sie haben es uns oft gesagt. Wissen Sie? Wozu sitzen wir dann hier? rief William von einem zum anderen blickend. Wo sind die Männer, die mit mir sprechen sollten? Wo sind die Wissenschaftler? Wo sind die Historiker? Wo sind die wissenschaftlichen Institute, die sich für einen Mann wie mich interessieren sollten? Es gibt keine, sagte Jiggs. Jeder hat ihnen das gesagt. Es ist nicht so, wie Sie sich das vorstellen. Alle wissen alles über diese Dinge, die sie wissen. Aber sie sind zu beschäftigt, um sich damit abzugeben. Beschäftigt? Beschäftigt mit was? rief William. zu fragen, weil es keine Sprache gibt, die erklären könnte, was die Leute tun. Sie müssen einfach verstehen. Dann helft mir, helft mir, dass ich verstehe. Aber sie können nicht, sagte Raby. Sie wurden nicht gezüchtet, um zu verstehen, Mr. Johnson. Es erforderte viele Generationen von Genselektion und Kreuzung, um Menschen zu entwickeln, die verstehen konnten. Das ist der Grund, warum die Erwachsenen ihr zwei dann mit mir? Warum? Aber wir sind bloß Kinder, Mr. Johnson. Kinder? Williams Stimme wurde von einem trockenen Aufschlurzen unterbrochen. Ihr nennt euch Kinder? Oh nein! Kinder sind klein und nicht stark. Man zeigt ihnen, was sie lernen müssen. Kinder glauben einem. Ihr? Kinder? Aber wir sind Kinder, sagte Jiggs. Nein, das seid ihr nicht. William richtete sich auf, starrte sie wild an. Kinder? Ihr seid ungeheuer, ungeheuer, die stärker sind als ich, ungeheuer, die alles wissen, alles können, die keine Spur von natürlichen Gefühlen haben. Kinder? Kinder lachen, Kinder weinen, ihr lacht oder weint nicht, keiner von euch, ihr hasst nicht, ihr liebt nicht. Mr. Johnson, sagte Raby, sie wissen es besser, wir lieben alle, wir lieben auch sie. Mich lieben? Wenn ihr mich so quält Tag für Tag, wenn ihr mir nachgeht, mich lächerlich macht, immer hinter mir her seid, mich aufstöbert. Wir werden fortgehen, wenn sie es wollen, sagte Jiggs. Aber jedes Mal, wenn wir weggehen, kommen sie und suchen uns. Nicht euch, nicht euch, William fuchtelte mit den Fäusten. Ich will richtige Leute, erwachsene Menschen, mit denen ich reden kann. Aber niemand außer uns hat Zeit, mit ihnen zu reden, sagte Jiggs. Das haben wir ihnen schon gesagt. Außerdem müssen wir auf sie Acht geben. Wenn wir nicht aufpassen, laufen sie Gefahr, dass ihnen etwas passiert. Sie tun immer irgendetwas, das sie in Gefahr bringt, wenn wir sie allein lassen. Und dann müssen wir sie fangen, bevor sie es tun. Er machte eine Handbewegung zur tiefen Wunde im Berghang, wenige Meter von ihnen entfernt. Vorgestern wären sie beinahe in den Steinbruch gefallen. In den Steinbruch? Ächzte William. Mein Gott, und warum habt ihr dort einen Steinbruch angelegt? Wolltet ihr einfach einen? So zum Spielen, wie? Ihr habt mir doch erklärt heutzutage werde nicht mehr mit Stein gebaut. Unser Vater wollte den Steinbruch, sagte Raby. Das haben wir dir gesagt. Er? William stieß ein hohes hysterisches Lachen aus. Der große Mann, das geheimnisvolle Oberhaupt des Haushalts, das einen Teil der Zeit nicht einmal existiert? Ihr meint, er brauche richtigen Stein? Einfachen Stein? Williams Stimme hob sich in Wellen hysterischen Gelächters. Einfachen, gewöhnlichen Kalkstein? Wozu? Die beiden Jungen sahen einander hilflos an. Das gehört wahrscheinlich zu den Dingen, die ich verstehen muss, nicht wahr? brüllte William, als er ohne Antwort blieb. Er sprang auf. Lügner, schwindel, alle schwindel. Er begann mit den Füßen zu stampfen. Humbug, dummes Zeug. Plötzlich verstummte er, ließ die Arme sinken und starrte sie an, während der gequälte, hoffnungslose Ausdruck in sein Gesicht zurückkehrte. Er fiel auf die Knie und streckte ihnen die mageren Arme entgegen. Bitte, sagte er, bitte, ihr könnt alles, ich weiß, dass ihr alles könnt, befreit mich aus meinem Elend, macht mich glücklich hier, macht, dass ich nichts anderes weiß, macht mich vergessen, richtet mich her, bringt mich in Ordnung. Die beiden Jungen sahen ihn mit traurigen und ernsten Augen an. Armer Mr. Johnson, sagte Jiggs, das können wir nicht machen, wenn sie verstünden, dann würden sie wissen, dass es nicht recht von uns wäre. Wenn wir sie veränderten, würde es sie verderben und wir selbst wären verdorben, uns darauf einzulassen. Es ist nicht recht, Leute zu verändern, Mr. Johnson. Nur sie selbst dürfen das tun. Verändert der Mensch sich selbst, ist das in Ordnung. Andere dürfen das nicht mit ihm machen. Aber ich bin kein Mensch, rief er verzweifelt. ich bin ein Tier, ich bin ein Haustier für euch, habt Mitleid, ich bitte euch, habt Mitleid. Nein, Mr. Johnson, sagte Jiggs, selbst sie wissen das, sie sind kein Tier oder Haustier, sie sind ein Mensch mit einem Verstand, der einen eigenen Weg finden muss, wie jeder. Aber ich kann nicht, ihr alle sagt, dass ich es nicht könne. Armer Mr. Johnson, sagte Ramy leise, wenn sie nur verstünden, macht mich verstehen. Niemand kann sie verstehen machen, Mr. Johnson, sie wissen das, wir haben es ihnen gesagt. William schrie und sprang auf die Füße, er reckte seine zitternden Hände in die Luft und schrie zum Himmel. Und dann wirbelte er herum, bevor die schnellen Reflexe der Jungen zu Reaktionen führen konnten und rannte auf den Steinbruch zu. In vollem Lauf erreichte er die Kante kam aus der Sicht. Die Jungen waren aufgesprungen und liefen zum Rand des Steinbruchs, doch bevor sie ihn erreichten, hörten sie den dumpfen Aufschlag in der Tiefe. Geröll polterte und prasselte, dann war alles still. Sie standen am Rand, blickten hinunter und sahen tief unten William Johnsons zerschmetterten Körper im nassen grauen Felsgeröll liegen. Sie sahen einander an, dann wanderten sie am Rand des Steinbruchs entlang abwärts, bis sie an die Zufahrt kamen und durch sie den Boden des Steinbruchs betraten. Die Mutter war im Garten ihres Hauses, das nicht wie ein Haus aussah, wenigstens nicht wie eins von den Häusern, die William bisher gesehen hatte, als sie den zerbrochenen und blutigen Leichnam brachten. Sie wandte sich zu ihnen um, eine große Frau mit blasser Haut und dunklem Haar und so schön wie sie. Sie sah, was von William Johnson übrig war, und ein Austausch von Blicken mit den Jungen schien ihr alles zu sagen, was sie wissen mußte. Er stürzte sich plötzlich in den Steinbruch, Mutter, sagte Raby. Er blickte mit Augen, die noch die eines Kindes waren, zu der großen Frau auf. Ist der ganz kaputt? Nein, Raby, antwortete sie. Nichts kann jemals ganz kaputt sein. Gib ihn mir. Sie nahm den toten Mann mit Leichtigkeit aus Jigs Armen in ihre eigenen. Ich werde ihn eurem Vater geben, wenn er zurückkommt. Euer Vater wird ihn richten, und morgen früh wird er so gut sein wie zuvor. Ach, du dickes Ei von Bruce Taylor Sie wissen ja wahrscheinlich wie das ist. Wahrscheinlich hatten sie auch schon einen von diesen Morgen, wo man aufsteht und sich dann sehnlichst wünscht, man hätte es nicht getan. Genau so erging es Edward, als er sich im Bett aufrichtete und fragte, Himmel Kater, wie soll ich diesen Tag nur überstehen? Er sah auf die Uhr. Neun. Ihm war Hose des Anderen zu treten, stolperte und konnte sich gerade noch am Frisiertisch festhalten. Er zog die Hose hoch, kam irgendwie ins Badezimmer und vermiet es sorgfältig, in den Spiegel zu sehen. Geht ja schon ganz gut, dachte er, und nun in die Küche, nur ein paar Schritte zu gehen. Mit einer Hand hielt er das Unterteil des Pyjamas fest, mit der anderen zündete er den Ofen an, setzte Wasser auf und dachte, ja, heute würde ich eine Menge Kaffee brauchen. Er griff in den Kühlschrank, nahm einen Karton mit Eiern heraus, die er gestern gekauft hatte, griff, nachdem er den Karton auf den Küchentisch gestellt hatte, nach einem der Eier und sah sich nach der Bratpfanne um, die in der Spüle lag. Großartig, dachte er, echt großartig, schlumpiger Haushalt. Er blieb stehen. Das Ei, etwas bewegte sich im Innern. Oh Scheiße, dachte er. Kein Wunder, daß die Eier im Sonderangebot gewesen waren, verflucht, kurz vor dem Ausschlüpfen. Mit Missfallen und Verblüffung betrachtete er das Ei in seiner Hand. Mann, 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 überlegte er, ist das nicht niederträchtig? Das Wunder der Geburt vollzieht sich direkt hier in meiner kleinen alkoholbefleckten Hand und ich bin zu verkatert, um angesichts der Schönheit und des Wunders in Tränen auszubrechen. Peng! Die Schale Edward wich zurück. Wurden die kleinen Küken mit Dynamit in die Welt gepustet? Sind die Schalen so fest? Ein kleiner Kopf spähte durch die Öffnung. Ein kleiner blauer Kopf sah sich argwöhnisch um. Dann sah er zu Edward auf. Sind sie fort? Edward schluckte. Wer? Die Klorts. Edward staunte. Du bist kein Küken, oder? Nein, sagte das kleine Wesen. Ich stamme vom Imperium Zerta. Edward war recht fassungslos. Warum bist du in einem Ei? Ich kann's nicht fassen. Warum bist du in einem Ei? Bist du wirklich in einem Ei? Bin ich im Delirium Tremens? Edward sah sehr pathetisch aus, als wünschte er, es würde tatsächlich jemand erscheinen und ihm all seine Fragen beantworten. Der kleine Zertaner kletterte aus dem Ei und setzte sich auf Edwards Daumen. Ich kann alles erklären. Edward ging zum Tisch und nahm Platz. Ich bitte darum. Es ist folgendermaßen. Oh, ein Augenblick noch, bitte. Der kleine Zertaner sprang von Edwards Daumen und rannte zum offenen Eierkarton. Er rannte beide Reihen auf und ab, pochte an jedes Ei und rief dabei, okay, alles okay, hier sind wir sicher. Sieben Eier platzten auf und sieben weitere Zertaner sprangen heraus. Sie gingen zu den vier verbleibenden Eiern, schnitten sie mit etwas auf, das wie ein Miniaturlaser aussah und hieften Ausrüstungsgegenstände heraus. Der erste Zertaner kam wieder zurück, kletterte auf die Hand und nahm seine ursprüngliche Position auf Edwards Daumen wieder ein. Ich heiße übrigens Erk, sagte er. Edward zuckte die Achseln. Hallo, ich heiße Edward. Hi, sagte der Außerirdische lächelnd. Edward fiel auf, dass der Außerirdische eigentlich sehr nett war. Erk war kahl, hatte gelbe Augen, was zu der blauen Haut recht apart aussah, und er trug einen einteiligen Anzug aus einem orangefarbenen Material, das wie gesponnenes Metall aussah. Erk trug kleine schwarze Stiefel und am Kragen des Anzugs befand sich ein Abzeichen, ähnlich den Emblemen, die die Astronauten an ihren Anzügen trugen, das seinen Status anzeigte. Aber, überlegte Edward, es könnte sich auch um eine politische Parole handeln. Wählt Erk zum obersten Befehlshaber oder sogar einen Werbespruch. Gesunde Zartaner trinken Plog. Was betrachten Sie? fragte Erk. Das, sagte Edward und deutete auf den Botten. Was bedeutet das? Erk zuckte die Achseln. Wer weiß, es sieht so aus, wie es aussieht. Oh, sagte Edward und war plötzlich verlegen, weil er nicht selbst auf so etwas Einfaches gekommen war. Der Außerirdische lächelte. Schämen Sie sich nicht, ich hatte nicht angenommen, dass Sie das wissen würden. Schließlich habe ich auch keine Ahnung, was das Ding ist, das jeder um den Hals tragen. Edward sah hinab. Das, oh, das ist ein Kruzifix. Erk schien verwirrt. Ein was? Kruzifix, ein Symbol, ein Mann, der vor langer, langer Zeit an ein Holzkreuz genagelt wurde. Oh, sagte Erk und verzog das Gesicht voller Abscheu. Macht ihr so etwas immer noch? Nein, sagte Edward und dann, nachdem er einen Augenblick nachgedacht hatte, doch, ich glaube schon. Erk sah ihn erbleichend an. Tatsächlich? Ihr nagelt immer noch Menschen an Kreuze? Nein, sagte Edward, wir nageln uns selbst an unsere eigenen Kreuze. Ah, meinte Erk, ich glaube, ich verstehe. Oh, sagte Edward, der ein wenig zweifelnd rein sah. Dann erzähl mir darüber. Erk bedachte Edward mit einem sehr, sehr durchdringenden Blick. Sie wissen, was Ihr Kreuz ist. Hör mal, sagte Edward, der sich unglaublich unbehaglich fühlte, wie, 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 dachte er, kommt es, dass diese kleinen Bastarde so viel wissen? Wie kam es, dass du in meinem Ei gelandet bist? Erk lächelte, als Antwort auf ihre unausgesprochene Frage, wir sind Halbtelepaten, als Antwort auf ihre zweite Frage, wir kamen, weil wir von den Klorts angegriffen wurden. Wir versuchten, sie abzuhängen, indem wir in die Sicherheit flohen, aber sie hatten uns auf den Scannern, und wo immer wir uns auch versteckten, sei es hinter den A- und P-Erbsen oder hinter dem Toilettenpapier, sie erwischten uns stets. Natürlich machten wir es ihnen schwer, uns zu verfolgen, und das hat uns gerettet. Während wir bereits herausgefunden, dass Eier das perfekte Versteck waren, und daher, und hierbei lächelte Erk voll offensichtlichem Stolz, machten wir einen simultanen Materie-Austausch. Während acht von uns nebst Werkzeugen und dem Pökelantrieb in das Dutzend Eier gebeamt wurden, bieten wir zwölf Dotter in unser Schiff. Erk lachte und rieb sich das Kinn mit einer vierfingrigen Hand. Was die Klorts wohl gedacht haben, als sie das Schiff öffneten und die Dotter herausflossen? Edward lächelte. Wenn sie euer Schiff mit Hitzestrahlen angriffen, dann haben sie ein verdammt großes Omelette erhalten. Dann nachdenklich, nebenbei, was ist denn der Pökelantrieb? Unsere Welt existiert in einer anderen Dimension. Der Pökelantrieb ermöglicht es uns, andere Dimensionen wahrzunehmen und in sie zu reisen. Wissen Sie, deswegen sind die Klorts nämlich hinter uns her. Wir haben ein weiterentwickeltes Modell. Wir können durch mehrere Dimensionen auf einmal hüpfen, während die Klorts immer nur eine bewältigen können. Sie haben uns nur erwischt, weil sie ein neues System haben, ihre Anwesenheit zu verbergen. Wir wurden angegriffen und der Schock hat den Antrieb beschädigt. Dann sahen der Außerirdische ein wenig verlegen an. Würde es ihn etwas ausmachen, wenn wir ihn auf der Anrichte reparieren? Neben dem Gully? Wir machen hinterher auch wieder sauber. Edward lächelte. Ihr umsichtigen kleinen Biester, sagte er, aber sicher. Daraufhin setzte eine große Aufregung auf der Anrichte, dem Ofen und vor dem Kühlschrank ein. Vier kleine blaue Zertaner riefen durcheinander und deuteten auf etwas. Großer Gott, dachte Edward, und wenn sie nun auf ein schmutziges Handtuch deuten? Wie peinlich! Aber als er näher hinsah, stellte er fest, dass die Außerirdischen ganz und gar nicht darauf deuteten. Nein, am Ende der Anrichte neben dem Kühlschrank befanden sich Gläser und Flaschen mit Gewürzen, die Melissa, Edwards Ex-Frau, dort aufbewahrte. Edward runzelte die Stirn. Was war so aufregend an einem Glas Senf oder einer hohen Flasche Heinz-Ketchup, einem großen Kartonzylinder voll Jotsalz oder kleinen Gläschen mit Zimt, Muskatnuss, Kakao und Pfeffer? Erg sprang von Edwards Hand herunter, rannte über den Tisch, sprang auf die Anrichte und überrannte die anderen. Dann blieb er stehen und sah offensichtlich von Ehrfurcht übermannt empor. Edward wußte nicht, was er davon halten sollte. Er zuckte die Achseln stand auf, zog die Pyjama-Hose höher und ging hinüber. Mögt ihr Knaben Ketchup? Ich kann euch einen großen Löffel davon geben, aber ich habe wirklich nichts, womit ihr ihn essen könntet. Was? sagte Erg. Und nein, wir meinen nicht, was in der Flasche ist, wir meinen die Flasche selbst. Sie ist die perfekte Nachbildung eines anderen Sternkreuzers. Erg sah Edward flehentlich an. Können wir sie haben? Bitte, wir geben ihnen alles dafür. Wir können den Pökelantrieb hineinbringen, das Äußere zur externen und strukturellen Festigung polyhydratranisieren, sie ist perfekt. Nun, sagte Edward und hob die Flasche auf. Ich könnte den Ketchup in eine andere Flasche umfüllen. Ich nehme an, ihr wollt das Etikett entfernt haben. Es sei denn, ihr wollt euer Schiff Sternkreuzer Heinz mit den 57 vollreifen Tomaten nennen. Aber bevor ein weiteres Wort gesprochen werden konnte, herrschte noch mehr Aufregung. Diesmal deuteten mehrere außerirdische Vollwonne auf eine Kaffeekanne. Erg keuchte und ging hinüber. Oh, Sterne, flüsterte er, ein botulären Gefechtskreuzer. Edward bot sie ihnen nur widerstrebend an, aber er dachte gleichzeitig verflixt, was sind schon fünf Piepen verglichen damit, diese kleinen Springensfelde wieder auf den Weg zu bringen. Hier drehte sich Erg lächelt um. Das war wahrhaftig ein freundlicher Gedanke. Keine Bange, sie werden für ihre Hilfe reich belohnt werden. Sie sind ein freundlicher Mann. Edward seufzte. Danke, ich wünschte, ich könnte das glauben. Erg sah Edward voller Wärme an. Edward fühlte sich sehr selbstbewusst und sah weg. Er nahm die Ketchupflasche, schüttelte den Inhalt in ein großes Glas und wusch das Innere mit heißem Wasser aus. Es gelang ihm auch, das Etikett zu entfernen. Er schüttelte sie, bis der Großteil des Wassers heraus war. Möchtet ihr die Flasche auf der Seite oder aufrecht? Aufrecht, sagte Erg, wir haben unsere Haftstiefel an. Er drehte sich um und gesellte sich zu den anderen, die etwas aus einer Eierschale schleppten, das wie eine winzige Vakuumröhre aussah. Edward streckte sich. Nehmt euch ruhig, was immer ihr braucht, Jungs. Erg drehte sich um und verbeugte sich. Vielen Dank. Edward gähnte nochmals. Ich würde duschen und mich anziehen. Ach ja, wenn das Wasser kocht, würde bitte jemand das Gas abstellen? Worauf sie sich verlassen können, sagte Erg. Nachdem Edward den Raum verlassen hatte, kam ein anderer blauer Außerirdischer, der auf den Namen Jum hörte und einen gelben Anzug trug zu Erg herüber. Dieser Mann ist sehr nett, wir sollten etwas Erfreuliches für ihn tun. Ich weiß, sagte Erg nickend, und ich glaube, ich weiß, was wir tun können. Er nickte wieder und sah Jum an. Wir lassen ihm eine Überraschung hier. Er lächelte. Ja, eine angenehme, angenehme Überraschung. Dann? Schon gut, schaffen wir zuerst den Pörkel-Antrieb in die Kaffeekanne und sehen, wie es funktioniert, bevor wir eine Entscheidung fällen. Und während sich das alles abspielte, stand Edward unter der Dusche. Um wie viel Uhr sollte er sich mit Janice treffen? Ja, richtig, dachte er, vor dreißig, zum Kaffee. Wahrscheinlich wird sie auf Wiedersehen sagen, genau wie Marsha, genau wie Conny, genau wie meine Frau. Bereite mich besser auf das Schlimmste vor, dachte er, ich bin immer ein Verlierer. Er seufzte und dachte sogar daran, Janice anzurufen und ihr zu sagen, daß er krank sei und nicht kommen könne. Nein, dachte er, verflucht, ich werde hingehen. Wie niederschmetternd. Er trocknete sich ab, rasierte sich, zog den Morgenmantel an. Er sah in die Küche. Die Kaffeekanne flog zusammen mit drei Zertanern und dem, worin er den Pökelantrieb vermutete, durch die Küche und landete dann wieder wie ein Flugzeug auf der Anrichte. Erk rief Edward zu. Wir haben uns für die Ketchupflasche entschieden. Großartig, sagte Edward. Ich hoffe, es funktioniert. Edward ging sich anziehen. Er war etwa zehn Minuten weg und als er in die Küche kam, waren die Zertaner fort. Aber dort, auf dem Tisch? Teufel noch mal, sagte Edward. Frühstück! Zwei Scheiben Toast mit Marmelade, Speck, Rührei und im Karton ein ganzes Dutzend Eier. Neben dem Teller lag eine Nachricht, die Edward nur mit zusammengekniffenen Augen lesen konnte. Danke, Edward. Wir hoffen, das Frühstück schmeckt. Unser Materieumwandler hat es gemacht und einige besondere Vitamine und Mineralstoffe hinzugefügt, die Ihnen guttun werden. Die Eier sind frisch. Guten Appetit und genießen Sie es, wie Sie sich hinterher fühlen werden. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe ihre Freunde die Zertaner Kapitän Erk Edward setzte sich und hätte beinahe geweint. Das war nett von Ihnen, dachte er, wirklich sehr nett. Er aß langsam und genoß das Essen. Obwohl es künstlich hergestellt war, sah es doch wie Essen aus und es schmeckte großartig. Er trank vom Kaffee. Perfekt. Er seufzte. Ja, er fühlte sich besser, viel besser. Er stand auf und streckte sich. Dann dachte er an Janice. Seine Gefühle wurden düster und er dachte wieder, oh verdammt, ich werde anrufen und absagen. Doch gerade als er das dachte, erstarrte er. Was zum, dachte er. Er konnte sich nicht bewegen. Er betrachtete seine Hände, sie waren weiß und hart, wie eine Eierschale, unfreiwillig hob er die Arme vom Körper weg, bis sie abstanden und sein Körper wie ein Kreuz aussah. Sein Körper wurde von dieser Hülle eingeschlossen, bis ihm gerade noch genügend Raum zum Atmen blieb. Wenn ich hier nicht herauskomme, dachte er, werde ich ersticken. Er wurde furchtbar wütend auf die Zertaner. Ihr kleinen Pisser, dachte er, ihr habt mich in eine Hülle aus. Er Oh nein, oh Gott. Plötzlich geriet Edward in Panik. Ich will raus, ich will heraus aus dieser Hülle, ich will heraus aus diesem Elend, ich möchte leben, ich möchte Jenny sehen, verdammt noch mal. Irgendwie befreite er eine Hand aus der Schale. Er hatte gerade ausreichend Raum, den Arm zurückzuziehen, die Faust zu ballen und damit von innen gegen die Schale zu klopfen. Sie andere verflucht noch mal, tobte in Gedanken, ich will hier raus. Er drückte, stieß und wand sich, er kämpfte, weitere Teile der Hülle knackten, brachen und er schüttelte hastig die restlichen Stücke ab und keuchte vor Erschöpfung. Die Hülle, die sein Gesicht bedeckt hatte, war unversehrt und als Edward hineinsah, stöhnte er. Mein Gott, flüsterte er, ich und dann kam ihm ein Gedanke. Die Zertaner mochten mich so sehr, dass sie mir das gezeigt haben. Langsam ging er ans Küchenfenster, öffnete es und sah zum Himmel empor. Er sagte, Erk, wenn du jemals einen Freund brauchst, du hast einen. Dann löste Edward rasch die restlichen Teile der Hülle ab und warf sie in den Mülleimer. Und danach sauste er emsig so aus, als würde es doch noch ein ganz prächtiger Tag werden.